Ich öffne die 104. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Heimat. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Mein Name ist Jochen Haug, ich bin der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Inneres und Heimat und werde die öffentliche Anhörung von Sachverständigen leiten. Dies wird erneut eine öffentliche Anhörung des Ausschusses für Inneres und Heimat sein, die zumindest in Teilen als Videokonferenz durchgeführt wird. Ich danke Ihnen, sehr geehrte Sachverständige, dass Sie unserer Einladung auch in Form der Zuschaltung per Videokonferenz nachgekommen sind, um die Fragen der Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss für Inneres und Heimat und der mitberatenden Ausschüsse zu beantworten. Zunächst begrüße ich die per Videokonferenz zugeschalteten Sachverständigen. Frau Dr. Uda Bastians. Danke schön. Danke. Herr Dr. Moritz Kalk. Ja, danke schön. Danke schön. Herr Professor Dirk Heckmann. Hallo, aus Passau. Grüß Gott. Danke schön. Herr Professor Eike Richter. Und das ist jetzt, glaube ich, der Sachverständige, der noch nicht zugegeben hat. Dankeschön. Und Herrn Gabriel Schulz. Ich bin da. Schönen guten Tag. Super. Dankeschön. Dann begrüße ich den im Saal anwesenden Sachverständigen, Herrn Rainer Rehak. Hallo, herzlichen Dank. Dankeschön. Die öffentliche Anhörung dient dazu, die Beratung zu der in der Tagesordnung ausgewiesenen Vorlage einschließlich des Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen auf Ausschussdrucksache 19 4587 vorzubereiten. Begrüßen darf ich auch für die Bundesregierung Herrn Ministerialdirigent Ernst Bürger, Abteilungsleiter dv im BMI. Die Sitzung wird zeitversetzt im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages und per Stream auf der Homepage des Deutschen Bundestages übertragen. Schriftliche Stellungnahmen hatten wir erbeten. Für die eingegangenen Stellungnahmen bedanke ich mich bei den Sachverständigen. Sie sind an die Mitglieder des Ausschusses für Inneres und Heimat und der mitberatenden Ausschüsse verteilt worden und werden dem Protokoll über diese Sitzung beigefügt. Ich gehe davon aus, dass ihr Einverständnis zur Durchführung der öffentlichen Anhörung auch die Aufnahme der Stellungnahmen in eine Gesamtdrucksache umfasst. Von der heutigen Anhörung wird für ein Wortprotokoll eine Abschrift der digitalen Aufzeichnung gefertigt. Das Protokoll wird Ihnen zur Korrektur übersandt. Im Anschreiben werden Ihnen Details zur Behandlung mitgeteilt. Die Gesamtdrucksache, bestehend aus Protokoll und schriftlichen Stellungnahmen, wird im Übrigen auch ins Internet eingestellt. Zum zeitlichen Ablauf möchte ich anmerken, dass insgesamt eine Zeit von 13 bis 15 Uhr vorgesehen ist. Einleitend möchte ich jedem Sachverständigen die Gelegenheit geben, in einer Erklärung, die fünf Minuten nicht überschreiten sollte, zum Beratungsgegenstand Stellung zu beziehen. Durch die Zuschaltung per Video ist heute unsere Redeuhr nicht zu sehen. Ich bitte daher die Sachverständigen und auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, selbst auf die Einhaltung der Redezeit zu achten. Nach den Eingangsstatements würden wir orientiert an Fraktionsrunden mit der Befragung der Sachverständigen durch die Berichterstatterinnen und Berichterstatter sowie weiterer Abgeordneter beginnen. Ich bitte, dass die Fragesteller diejenigen Sachverständigen ausdrücklich benennen, an die sie die Frage richten wollen. Zu den Frageregeln gilt, in der ersten Fraktionsrunde kann jeder Fragesteller entweder zwei Fragen an einen Sachverständigen, eine gleiche Frage an zwei Sachverständige oder an zwei Sachverständige jeweils eine unterschiedliche Frage richten. Für die zweite Fraktionsrunde würde ich situativ entscheiden, nämlich ob es zeitmäßig noch möglich ist, zwei Fragen an einen Sachverständigen oder eine gleiche Frage an zwei Sachverständige zu stellen oder ob das Zeitfenster es nur noch hergibt, eine Frage an einen Sachverständigen zu stellen. Wenn Sie damit einverstanden sind, würden wir so verfahren. Dankeschön. Noch ein Hinweis. Die per Video zugeschalteten Sachverständigen möchte ich bitten, ihr Mikrofon so lange ausgeschaltet zu lassen, bis sie ihr Statement halten oder Fragen beantworten, um Rückkopplungen zu vermeiden. Entsprechend alphabetischer Reihenfolge darf ich dann Frau Dr. Bastianz um ihre Eingangstellungnahme bitten. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mal abstrakt beginnen mit den drei Punkten, die den Städten bei der Verwaltungsdigitalisierung besonders wichtig sind. Und dann kann man das exemplarisch an dem nun vorhandenen Modell auch ein bisschen deutlich machen. Der erste Punkt ist, das Online-Zugangsgesetz springt eigentlich ein bisschen zu kurz. Aus kommunaler Sicht brauchen wir eine vollständige Digitalisierung von Anfang bis zum Ende, sprich vom Antrag des Bürgers bis zum Ende, bis beim Fachverfahren in den Kommunen. Was wir vermeiden müssen, sind jetzt halbe Sachen, die nur dazu führen würden, dass die Potenziale der Digitalisierung letztlich nicht genutzt werden. Es reicht nach unserer Auffassung eben nicht aus, den Bürgern nur einen Zugang über ein digitales Interface zu liefern, aber dann die eingegangenen Daten händisch in ein Fachverfahren einzutragen. Und um auf diesen Gesetzentwurf zurückzukommen, es reicht nicht aus, eine Geburt nur digital anmelden zu können. Es müssen gleich die logisch mitverbundenen Leistungen und Vorgänge abgewickelt werden können, wie zum Beispiel das Kindergeld. Das ist ja auch so vorgesehen. Der zweite Punkt, der uns sehr wichtig ist, wir müssen vom Bürger ausdenken und von der Verwaltung ausdenken. Es muss für alle Beteiligten ein Mehrwert sein. Und meine gute Nachricht ist, das ist in der Regel auch der Fall. Das sind nicht zwei in Konkurrenz stehende Ansätze, sondern im besten Fall führen beide Ansätze zu derselben Lösung. Und auch hier ist es ja so. Im automatischen Organisieren verschiedener Leistungen, wie sie hier vorgesehen sind, das ist praktisch für die Eltern und effizient für die Verwaltung. Und insofern begrüßen wir ausdrücklich, dass das jetzt zulässig werden soll. Die letzte Hoffnung, die wir mit der Verwaltungsdigitalisierung verbinden, ist Effizienz bei der Wahrnehmung der immer zahlreicheren Aufgaben, die heute in den Kommunen erledigt werden müssen, und zwar vor Ort. Wir brauchen da, glaube ich, neue Wege der Zusammenarbeit und neue Aufgabenteilungen. In der digitalen Verwaltung muss die Kommune nicht immer die erste Anlaufstelle für Bundesaufgaben sein. Und das weist vielleicht über den Gesetzentwurf hinaus. Perspektivisch müssen wir darüber nachdenken, ob die Aufgabenteilung in der digitalen Welt noch so ist und sein soll, wie sie jetzt in der analogen Welt ist. Ich glaube, der Gesetzentwurf ist ein Meilenstein bei der Umsetzung des OZG und ein wirklich hervorragendes Beispiel, wie digitale Verwaltung aufgebaut sein sollte. Wir weisen aber auch darauf hin, das hat jetzt drei Jahre gedauert. Und insofern ist der Zeithorizont des Online-Zugangsgesetzes insgesamt sehr herausfordernd, wenn ich mir die anderen 574 Leistungsbündel angucke, die auch noch digitalisiert werden müssen. Das würde ich fürs Erste bewenden lassen. Dankeschön. Dankeschön. Dann kommen wir nunmehr zur Eingangstellungnahme von Herrn Professor Dirk Heckmann. Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass ich eine schriftliche Stellungnahme, eine ausführliche Stellungnahme abgegeben habe. Dies allerdings leider kurzfristig erst heute Vormittag, weil die wiederum kurzfristige Einladung zu dieser Anhörung mir kein anderes Zeitfenster erlaubte als das letzte Wochenende. Aber Sie können das natürlich gerne alles im Einzelnen nachlesen. Vorab eben quasi in diesem Statement sei nur gesagt, dass das Gesetzespaket mit den Regelungen zur Digitalisierung von Familienleistungen, aber auch die allgemeinen Ergänzungen im Änderungsantrag zum E-Germanentrecht sehr zu begrüßen sind. Da möchte ich mich meiner Vorrednerin auch ausdrücklich anschließen. Denn Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung von Verwaltungsvorgängen haben Vorteile für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Behörden, was die Zeit, den Aufwand betrifft. Aber, und das wird vielleicht seltener genannt, die Validität von Daten, die Datenqualität, die natürlich zunimmt bei solchen digitalen Prozessen. Und das ist etwas, was natürlich auch als Vorteil sehr groß zu schreiben ist. Das alles bleibt schon die letzten 20 Jahre, gilt aber jetzt in der Pandemie ganz besonders mit all den Kontaktbeschränkungen, die natürlich auch Behördengänge weiter erschweren und deswegen digitale Verwaltungsdienstleistungen erfordern. Und natürlich ist es besonders sinnig, hier in diesem Gesetz auf die Familienleistungen abzustellen, auf die Lebenslage eines Kindes, weil die Eltern natürlich besonders stark gefordert sind in der Situation und wiederum stark entlastet werden können. Ich habe in meiner schriftlichen Stellungnahme drei Vorschriften ausgewählt, zu denen ich näher ausgeführt habe. Das möchte ich jetzt nur jeweils im Fazit benennen in diesem Eingangsstatement und bitte dann um Lektüre der schriftlichen Stellungnahme. Das ist einmal die elektronische Abfrage und Übermittlung von Entgeltbescheinigungsdaten, denn das ist natürlich sehr sinnig, ein gutes Beispiel für das Gesamtkonzept dieses Gesetzespakets, all der Vorteile, die damit verbunden sind, dass ich mich eben nicht mehr persönlich um diese Entgeltbescheinigung beim Arbeitgeber bemühen muss, sondern dass dies durch eine Abfrage durch die Datenstelle der Rentenversicherung im Auftrag der Elterngeldstelle geschieht, was natürlich viel weniger bürokratisch ist. Und rechtlich, das betrifft viele Einzelteile eben dieses Gesamtpakets, ist auch bedeutsam, dass das alles immer nur mit Einwilligung des Betroffenen geschieht. Er hat also ein Wahlrecht, ob er nach bisherigem Modus verfahren will oder die neuen Möglichkeiten in Anspruch nehmen will. Das ist natürlich sehr gut. Dann die Regelung zum Organisationskonto im OZG. Auch das begrüße ich sehr, denn wir hatten bislang tatsächlich die Situation, dass ein OZG-Nutzerkonto in jedem Bundesland, so wie im Bund, eingerichtet werden musste für Organisationen wie Unternehmen oder andere Institutionen. Nunmehr gibt es ein einheitliches Konto, was die Organisation natürlich entlastet, insgesamt zur Nutzerfreundlichkeit beiträgt. Auch hier ein rechtlicher Punkt, nämlich die Ersetzung der Schriftform, die hier auch ermöglicht wird, was ja auch wiederum die Digitalisierung vorantreibt. Und das dritte Beispiel meiner Stellungnahme ist die Bekanntgabe von Verwaltungsakten nach SGB X, also im Sozialverwaltungsverfahren. Und da hatten wir die bisherige Situation, dass die Adressaten solcher Leistungen diese Verwaltungsakte in einem Postfach ausdrücklich abrufen mussten, tatsächlich abrufen mussten. Ansonsten erfolgte noch eine Zustellung per Briefpost. Das war natürlich außerordentlich misslich für die beteiligten Behörden und umständlich. Jetzt haben wir eine Fiktion der Bekanntgabe, so wie wir es auch sonst im E-Government-Recht kennen, auch im allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht des OZG. Und das bedeutet natürlich insgesamt mehr Rechtssicherheit und Klarheit eben auch bei der Bestandskraft solcher Verwaltungsakte. Erlauben Sie mir aber den rechtspolitischen Hinweis, dass in dieser gesetzlichen Konzeption der Fristlauf anknüpft an den Versand der Benachrichtigungs-Mail, die dann an die Adressaten parallel geschickt wird. Und das ist ein klarer Unterschied zu dem allgemeinen E-Government-Recht, wo es nämlich anknüpft an die Bereitstellung im Portal. Das wird zwar begründet in der Gesetzebegründung mit der höheren Schutzbedürftigkeit dieses Adressatenkreises, das sehe ich aber nicht so. Ich sehe da keine höhere Schutzbedürftigkeit. Und deswegen stelle ich anheim, ob man dies nicht vereinheitlichen möge, weil es da einige Konsequenzen hat, dass das uneinheitlich ist. Das habe ich schriftlich ausgeführt. Da kann man eventuell durch Nachfrage noch einmal drauf eingehen. Insgesamt möchte ich noch einmal betonen, dass das richtige Gesetz zur rechten Zeit kommt. Naja, genau genommen hätte es auch früher kommen können, aber zumindest jetzt ist es soweit. Und das ist gut so. Und wenn man sich die Ergebnisse des E-Government-Monitors anschaut, den D21 und die TU München ja jedes Jahr herausgeben, letzte Woche war es wieder soweit, da wird sehr deutlich, woran eigentlich E-Government oftmals krankt. Und das hat jetzt gar nichts mit diesem Gesetz direkt zu tun, sondern mit der künftigen Umsetzung. Nämlich, dass die Vorteile und Vorgehensweisen solcher digitaler Verwaltungsdienste nicht ausführlich kommuniziert werden. Und das ist immer noch harpert, dass die Leute nicht wissen, was sie Gutes mit diesen gesetzlichen Angeboten eben zur Verfügung haben. Da appelliere ich sozusagen an die Verwaltungspraxis, dass man dieses wirklich gute Gesetz auch gut umsetzt. Vielen Dank. Danke schön. Dann kommen wir nunmehr zur Stellungnahme von Herrn Dr. Moritz Kark. Ja, vielen Dank erst mal für die Einladung, um die Gelegenheit, hier Stellung nehmen zu dürfen. Das, was Herr Heckmann eben gerade so angemahnt hat, ist das, was ich jetzt mal liefere, nämlich die Rückmeldung aus der Praxis. Meine Stellungnahme basiert letztlich auf den Umsetzungserfahrungen, die wir teilweise schon bei der Umsetzung von Verwaltungsleistungen gemacht haben. Und ich schließe mich erst mal ausdrücklich der Vorrednerin und dem Vorredner an. Das ist genau die richtige Stoßrichtung, die wir auch in der Praxis hier benötigen. Das heißt, das Zusammenführen von Übermittlungen von Daten beziehungsweise die Möglichkeit, mit einem Antrag im Prinzip den gesamten Verwaltungsvorgang, wer von Ihnen schon mal versucht hat, Elterngeld zu beantragen, weiß das, was für ein Aufwand im Prinzip gerade das auch in diesem Verfahren ist, die gesamten Unterlagen zusammenzustellen, um dann im Prinzip Elterngeld beantragen zu können. Insofern unterstütze ich ausdrücklich die positive Grundstimmung, die hier auch schon vermittelt wurde. Ich weise darauf hin, auch meine Stellungnahme liegt schriftlich vor. Deswegen werde ich mich nur ganz kurz auf drei Punkte beziehen. Erstens, wenn Sie den Zweck des Gesetzes, Verwaltungsvereinfachung, Nutzerfreundlichkeit, auch Verwaltungsvereinfachung auf Seiten der Kolleginnen und Kollegen in den Behörden ernst nehmen, dann empfehle ich dringend, nicht das Einwilligungserfordernis aufrechtzuerhalten. Ich möchte auch erklären, warum. Aus datenschutzrechtlicher Sicht haben Sie zwei Möglichkeiten, eine Übermittlung zu legitimieren. Ein, entweder mit der Einwilligung oder mit einer klaren, transparenten und eng auf den Zweck bezogenen Rechtsgrundlage. Das, was wir jetzt haben, wird im Ergebnis dazu führen, dass diejenigen, die Elterngeld beantragen, nicht nur diesen Antrag stellen müssen, sondern, und das ist das, was wir in der Praxis durchaus ernst nehmen, wenn dort eine Einwilligung gefordert wird, dann setzen wir diese technisch auch um. Das bedeutet, dass Sie dann von der Antragstellerin oder dem Antragsteller sechsmal wenigstens einen Klick brauchen. Denn jede Datenübermittlung der Stelle muss diese Information bekommen, muss sie übrigens auch technisch vorhalten und managen. Das heißt, dass im Programmieren, in der Umsetzung dieser Verwaltungsleistung jede der beteiligten Stellen eine eigene Einwilligungs-, nicht Erklärung, aber zumindest das Signal, dass die betroffene Person nicht nur den Antrag gestellt hat, sondern auch die Einwilligung erteilt hat, vorhalten muss, inklusive das weitere Vorhalten für die Zukunft, wenn die betroffene, beziehungsweise die Antragstellerin oder der Antragsteller, also betroffene Person, diese Einwilligung zurückziehen sollte, also den Widerspruch gegen die ursprüngliche Übermittlung einlegt. Zweitens, ich würde Ihnen empfehlen, die Freiwilligkeit der Nutzung des Nutzerkontos und des Postfachs, die momentan explizit in dem Änderungsantrag erwähnt worden sind, zurückzunehmen. Warum? Grundsätzlich, Paragraf 1 des Online-Zugangsgesetzes sieht ohnehin vor, dass es zwei parallele Wege der Beantragung oder der Anspruchnahme von Verwaltungsleistungen gibt. Das wird durch den Begriff, der das Wort auch, im Paragraf 1 Absatz 1 deutlich gemacht. Das heißt, Sie haben ohnehin die Möglichkeit, entweder digital oder eben auf dem klassischen Papierbasier, die Verwaltungsleistung zu nutzen. Das, was Sie jetzt da reinschreiben, würde in der Praxis bedeuten, dass ich nicht nur das Fachverfahren, was ich digitalisiere, mit einer eigenen technischen Lösung ausstatten muss, dass sich die Personen dort authentifizieren bzw. identifizieren. Und auch den Rückkanal müsste ich dann in jedes einzelne Fachverfahren hinein programmieren. Oder Sie verzichten auf den, wie Frau Bastian am Vordergrund richtig gesagt hat, die vollständige digitale Abbildung des Verwaltungsvorgangs. Oder Sie lassen schlicht und ergreifend diese Freiwilligkeitsanforderungen weg. Das heißt, dass am Ende des Tages, wenn ich mich entscheide, eine Verwaltungsleistung digital zu nutzen, dass ich dann in der Tat über das Nutzerkonto bzw. das Postfach gehen muss, um dann auch für die Verwaltung einen vollständig digitalen Putz zu können. Ansonsten haben Sie den Medienbruch, ich kriege die digitale Antragstellung, aber der Bescheid geht dann trotzdem in Papier raus. Und das letzte, letzte Punkt. Ich stimme mit Herrn Heckmann nicht, Professor Heckmann, Entschuldigung, nicht überein, dass eine Regelung, eine Verfahrensregelung, wie jetzt der vorgesehene Paragraph 9 im OZG aufgenommen werden wird. Wir werden da in der Praxis schlicht und ergreifend die Abgrenzungsschwierigkeiten haben. Deswegen empfehle ich diese Regelung explizit in das Verwaltungsverfahrensgesetz zu übernehmen und dort eine eigene Regelung zu schaffen, um den Charakter des Online-Zugangsgesetzes als ein Ermöglichungsgesetz weiter zu behalten und die Verfahrensregeln dort zu regeln, wo sie auch hingehören, ins Verwaltungsverfahrensgesetz. Dankeschön. Dann kommen wir nunmehr zur Stellungnahme von Herrn Rainer Rehak. Entschuldigung, kann man mich hören? Ja. Hier ist Professor Richter. Ich habe mich vorhin eigentlich gemeldet, aber da hatten Sie auch Ja gesagt. Ich weiß jetzt nicht genau. Soll ich mich hinten anschließen? Sie sind direkt der Nächste, nach Herrn Rainer Rehak. Ach, Entschuldigung. Entschuldigung. Alles klar. Okay. Dann herzlichen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme. Auch von uns ist die schriftliche Stellungnahme auf dem Weg. Deswegen gibt es jetzt hier eher so einen kleinen Überblick. Grundsätzlich ist auch meiner Ansicht nach jegliche Verwaltungsleistung auch digital und online anzubieten. Und das ist ausdrücklich zu befürworten im Sinne der Bürgerinnen und der Verwaltung, so wie es gesagt worden ist. Die Frage ist daher nicht, ob, sondern wie das umgesetzt wird. Und Technik kann dabei natürlich gestaltet werden. Vielleicht noch mehr als Verwaltungsregeln. Aber das verzeihen Sie mir. Ich bin Informatiker. Deswegen habe ich da vielleicht eher so meinen Lieblingspunkt. Jetzt wurde allerdings auch im Gesetzesentwurf gesagt, dass man die Potenziale der Digitalisierung heben wolle. Das wurde hier leider meiner Ansicht nach in keiner Weise umgesetzt. Im Gegenteil, es wurde hier leider eine reine Verwaltungsdenkweise, die auch noch organisch gewachsen ist, sozusagen in einen technischen Entwurf gegossen. Der vorliegende Vorschlag ist meiner oder unserer Ansicht nach leider ein Beispiel, wie es nicht gemacht werden sollte. Ich würde das kurz umreißen anhand von vier Kernpunkten. Erstens sage ich was zum Gesamtkonzept, zweitens zu den Postfächern, drittens zur Einwilligung und Datenschutz und zuletzt zur IT-Sicherheit. Erstens zum Gesamtkonzept. Hier wird ein riesiger deutsche Verwaltungsinsel geschaffen, die weder aus Datenschutz- noch IT-Sicherheitssicht irgendwie vertretbar ist. Alle Behörden im Verbund vertrauen einander blind und der Portalverbund kann technisch gesehen beliebig auf alles zugreifen, wobei nicht belegbar ist, ob Bürger das tatsächlich angestoßen haben, weil wir keine Signierinfrastruktur im Hintergrund haben. Die Vereinfachung von Behördenabläufen für die Behörden selbst und die Verwaltungsprozesse wurden für die Verwaltung selbst optimiert. Dahinter steckt eine Perimeterdenkweise, aus der Informatik ist dieser Begriff. Das heißt, es gibt eine Burg mit einer Wand und wenn man einmal durch die Wand durch ist, ist man in der Verwaltung und da ist dann alles möglich und wird auch nicht überprüft. Maximal anhand von Logdateien, die die Verwaltung aber selbst anlegen. Nichts innerhalb dieser Verarbeitung wird also kryptografisch abgesichert oder signiert und dadurch werden die Handlungszuschreibungen und Möglichkeiten der Behörden dann nicht explizit regelbar oder zumindest nachvollziehbar. Externe Audits werden damit gar nicht möglich. Es gibt zum Ende nur noch Behauptungen. Wir erinnern uns an den polizeilichen Adressabruf, der jetzt durch die Medien gegangen ist. Solche Art Dinge passieren einfach. Das ist ganz normal bei hochkomplexen Systemen, wenn Menschen da sind verschiedener Couleur. Und zudem ist das System implizit schon darauf ausgerichtet, die zentrale ID als Steuer-ID zu verwenden aus der Register-Modernisierung. Das ist technisch gar nicht nötig, auch wenn es minimal anspruchsvoller ist. Aufgrund der verfassungsrechtlichen Zweifel an der Register-Modernisierung ist es strategisch und planerisch keine gute Idee. Und aus Datenschutzgründen ist es sowieso dringend zu verhindern, dahingehend zu planen. Zumal gibt es keine ordentliche wechselseitige Interoperabilität mit europäischen Verfahren, zum Beispiel in Hinsicht auf EIDAS. Das heißt, anderen auch anzubieten, dass die Service-Konten des Systems woanders verwendet werden können. Und der EU-Zustellstandard E-Delivery, der genau für solche Postfachanwendungen gedacht sind, wird auch ignoriert. Als elegante Überleitung zu den Postfächern somit, die sind mit heißer Nadel gestrickt. Das erkennt man auch daran, dass sie im Änderungsantrag nur hinzugefügt werden. Und sie leisten nicht einmal mit den Behörden zu kommunizieren, was da maximal gemacht wird, ist eine Webseite anzugeben, wo man sich dann PDFs runterladen kann. Das ist keinesfalls ein Postfach. Widersprüche etc. müssen wieder auf andere Weise angelegt werden. Wie viele Postfächer soll denn außerdem eine Person haben? Wenn es Service-Konten der Länder benutzt werden soll, ist es natürlich möglich, da mehrere Konten zu haben, in Berlin oder in NRW oder so. Und jedes Konto kommt dann mit einem Postfach, bis ich dann meine fünf Postfächer jeden Tag überprüft habe. Ich weiß nicht, ob das volkswirtschaftlich überhaupt vertretbar ist. Außerdem ist nicht definiert, wie das abzurufen ist, ob das über Web abrufbar ist, ob über IMAT wie E-Mail quasi. Wer hat die Hoheit darüber, kann vielleicht bei einem fehlerhaften Bescheid die Behörde dann doch noch mal das PDF im Nachhinein ändern. Wer kann dann belegen, dass ich vorher das andere PDF runtergeladen habe, wo drin stand, ein anderer Wert drin stand. Und sind diese Nachrichten überhaupt ordentlich signiert? Das ist wieder genau der Aspekt. Zum Einwilligung und Datenschutz kann ich mich, Herrn Moritz Kark, nur anschließen. Bürgerinnen sind im System nach der Einwilligung völlig ausgeliefert. Und die Freiwilligung gilt immer der verantwortlichen Datenverarbeitung. Wir wollen aber eigentlich bei solchen Verwaltungshandeln, dass der Gesetzgeber die Gestaltung überlässt. Und deswegen sollte als Rechtsgrund auf alle Fälle ein Gesetz her. Die Bürgerinnen und Bürger sollten zudem zwischendurch über den Verlauf irgendwie informiert werden, Transparenz und Intervenierbarkeit genießen. Das heißt, bei Fehlern auch einschreiten zu können und dadurch echte Kontrolle über diese Verfahren haben. Daran erkennt man, dass das ein Verwaltungsverfahren ist, was abgebildet worden ist, wo die Bürger zwischendurch natürlich auch nichts tun können. Das wäre ein Punkt, wo die Digitalisierung tatsächlich helfen konnte, sowas wie digitale Souveränität herzustellen. Die wird aber sowohl weder auf Daten, auf System und auf Prozessebene gewährleistet. Den letzten Punkt lasse ich einfach aus Zeitgründen weg. Sie können aber gerne zu all den Punkten im Fragebereich Fragen stellen, denn im Rahmen kann man da schon Vorschläge machen, wie man das richtig und gut machen konnte und sollte, unserer Meinung nach. Dankeschön. Dann kommen wir nunmehr zur Stellungnahme von Professor Eike Richter. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, noch mal vielen Dank und entschuldigen Sie meine Intervention eben, aber ich war einfach im Buchstaben verrutscht. Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. Ich habe das bisher keine schriftliche Stellungnahme abgegeben, reiche die aber noch gerne nach. Ich habe deswegen ein paar Folien aufgelegt, nur wenige, die ich jetzt einfach einspülen würde, wenn das funktioniert. Ansonsten bitte sagen Sie Bescheid und würde da entlang gehen, dass Sie ein bisschen was verfolgen können. Also allgemeines kann ich mich im Grunde den Vorrednern einigermaßen anschließen. Insbesondere Frau Bastian kann ich nur zusprechen. Es braucht eine ganzheitliche Digitalisierung und der Entwurf jetzt enthält jedoch grundlegende Änderungen für das Verwaltungsverfahren insgesamt, so wie ich die Sache überlege und nicht nur zu dem Ausgangsgegenstand der Familienleistungen. Und wir haben mittlerweile seit Jahren auch schon immer weiter gepflegt, verschiedene Regelungswerke, wo allgemeines Verwaltungsrecht, Verwaltungsverfahrensrecht geregelt wird. Die Landesverwaltungsverfahrensgesetze, das Bund und das Bundverwaltungsverfahrensgesetz, die E-Government-Gesetze und das OZG, als es wäre in der Tat eigentlich vorzugswürdig, eine integrierende Reform des allgemeinen Verwaltungsverfahrensrechts unter Digitalisierung durchzuführen. Weil, das sieht man auch jetzt bei dem vorliegenden Entwurf, es einfach immer wieder Risiken entstehen, dass Inkonsistenzen und Regelungswidersprüche entstehen, die die Umsetzung gerade erschweren. Dennoch möchte ich den Entwurf unterstützen, weil es darum geht, tatsächlich die Chancen, die Möglichkeiten der Digitalisierung einfach für die Verwaltung stärker zu nutzen. Also ja, ich würde mir auch wünschen, wir wären da schon viel, viel weiter, aber man muss es auch im Verhältnis sehen, wo wir herkommen und wo wir bisher auch die Schwierigkeiten hatten. So gesehen würde ich das weiterhin unterstützen, diesen Entwurf, weil er nochmal in die richtige Richtung geht. Ich habe jetzt Einzelanmerkungen zu den Änderungen insbesondere des OZGs. Darauf habe ich mich konzentriert, weil ich dort etwas beisteuern kann. Und das wäre einmal die Einführung der Behörde als Nutzerin. Das ist insoweit konsequent. Was nicht konsequent ist, ist in dem Entwurf, dass jetzt auf einmal in Orientierung an das Verwaltungsverfahren, im Verwaltungsverfahrensgesetz, und da sieht man wieder eine Form von Inkonsistenz, die abstrakte Begriffsbestimmung verloren gegangen ist, nämlich ursprünglich waren die Nutzer nur diejenigen, die Nutzer im Sinne des OZGs, die die Verwaltungsleistungen in Anspruch nehmen. Das ist jetzt eigentlich nicht mehr der Fall. Das verwechselt aber den Punkt, dass gerade Behörden ja einmal natürlich regelmäßig als verfahrensleitende Stelle in den Blick kommen, aber natürlich auch selbst Adressaten von Verwaltungsleistungen sein können. Da müsste man also klar bleiben, gerade im Verhältnis zum allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht. Die Einführung des Organisationskontos, wie schon gesagt worden, möchte ich auch begrüßen. Es ist eine sinnvolle Sache, das zu differenzieren. Es ist natürlich sehr entscheidend, wie die entsprechende Verordnung aussieht, weil an dieser Stelle ja eine Verordnungsermächtigung vorliegt. Außerdem kann man sich an dieser Stelle fragen, das geht nämlich auch um die Praktikalität der Rechtsanwendung an der Stelle, warum steht das eigentlich nicht in Paragrafen 7 Absatz 2? Also da müsste das eigentlich rein, weil da bislang die Erfrierungsprozesse geregelt sind. Der nächste Punkt ist ein wichtiger Punkt, der nämlich umsetzt eine Rechtsgrundlage für die Interoperabilität und der Postfächer. Das ist das, was mein Vorredner schon angesprochen hat. Es soll ja gerade nicht fünf verschiedene Postfächer geben, sondern eben eine Interoperabilität zwischen den Postfächern. Und da geht es eben darum, wie kann man eigentlich die Daten austauschen im Sinne des europäischen Wons-only-Prinzips. Da war bislang die Rechtsgrundlage unklar im OZG. So gesehen ist es wichtig, dort eine Rechtsgrundlage zu schaffen. Die basiert natürlich eigentlich nur auf Einwilligung. Das ist natürlich sehr anspruchsvoll, weil der Bürger tatsächlich mit der Einwilligung darauf zulässt, dass die Daten dann regelmäßig zwischen den verschiedenen Stellen ausgetauscht wird. Gegebenenfalls müsste man überlegen, ob man dann auf die Informationspflichten explizit nochmal hinweist. So macht es nämlich das Datenschutzrecht auf europäischer Ebene, dass eben in dem Fall, wenn keine Direkterhebung mehr bei Daten beim Bürger erfolgt, sondern ein zwischenstellmäßiger Austausch von vorhandenen Daten erfolgt, dass dann besonders die Transparenz gestärkt wird. Die ELSTER-Software-Zertifikate, Einführung ist ein nächster Punkt, der in dem Entwurf angesetzt wird. Im Grunde ist das auch zu begrüßen. Es geht ja darum, die juristischen Personen, also Unternehmen, sozusagen als Netzidentität überhaupt sichtbar werden zu lassen, weil dort der Einsatz von Identifikationsmitteln, wie zum Beispiel ein Personalausweis nur bedingt möglich ist, weil der ja auf türliche Personen zugeschnitten ist. Natürlich ist das eine Verbindung zweier eigentlich sonst getrennter Verfahren, nämlich einmal das Steuerverfahren und einmal das allgemeine Verwaltungsverfahren. Allerdings ist zumindest dann die Daten, die ausgetauscht werden, ist nach meiner Lesart des Entwurfs die Steueridentifikationsnummer nicht erfasst. Also das hat ja auch eine wichtige Komponente zum Registermodernisierungsgesetz. Also diese Zusammenlegung dieses zentralen Merkmals der Identifikation, nämlich die Steueridentifikationsnummer, ist bewusst ausgelassen worden. Das ist auch sinnvoll aus datenschutzrechtlichen Gründen. Dann zum letzten Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig ist und woran man sehen kann, dass es eigentlich um eine Vorschrift, um eine Sache geht, die das allgemeine Verwaltungswahrensrecht betrifft, die Bekanntgabe-Fiktion, die schon angesprochen worden ist. Wichtig ist, diese Bekanntgabe-Fiktion hier ist eigentlich nur für den besonderen Fall der Nutzung eines Postfachs im OZG geregelt. Es gibt eine allgemeine Regelung im Verwaltungsverfahrensgesetz für den Abruf von öffentlichen Netzen. Und da sieht man schon wieder mehrere Regelungen, die man dann, wo man sich die Frage stellen könnte, welche gilt eigentlich bei den einzelnen Verwaltungsverfahren, so zahlreich wie sie ja sind. Das ist immer eine Gefahr von Rechtskollision, Rechtskollision, zumal eine solche Bekanntgabe-Fiktion ein Rechtsanwender eben nicht im OZG erwartet, sondern eigentlich im Verwaltungsverfahrensrecht. Moritz Kack hat das eben schon zu Recht hingewiesen, da gehört die Regel eigentlich auch rein. Und dann noch die letzte Komponente dazu, die Verantwortungs-, also diese Bekanntgabe-Fiktion, die setzt ja darauf an, dass der Bürger regelmäßig, und zwar mit der Bereitstellung zum Abruf, im Grunde die Gefahr auf ihn übergegangen ist, nämlich, dass er das tatsächlich zur Kenntnis nimmt und dann damit auch agieren kann. Man muss sich also vorstellen, dass in dem Moment eigentlich Fristen gelaufen zu beginnen, nämlich Rechtsverhältnissen, eigentlich auch die Vollstreckbarkeit eines Verwaltungsaktes ausgelöst wird. Und es kann eben sein, dass der Bürger das eben noch gar nicht kennt. Das heißt, es ist eine erhöhte Sorgfalt, den Bürger wird damit übertragen, regelmäßig nach seinem Postfach zu schauen. Das ist nachvollziehbar in der Begründung, weil die technische Nachverfolgbarkeit des tatsächlichen Wissens oder des Zugangs eben noch nicht gewährleistet ist. So gesehen kann man das erwägen. Man muss sich dann die Frage stellen, wie wird dann diese Verantwortungsübertragung auf den Bürger eigentlich kompensiert und legitimiert. Und da, finde ich, kann man etwas kritisch bleiben, nämlich es wird eigentlich erst mal nur auf der Einwilligung, wobei schon gesagt worden ist, kann der Bürger so etwas überschauen. Nur in einer bluen Einwilligung ist er informiert genug. Der wichtigste Moment ist, dass zumindest eine hohe Beweislast auf Seiten der Behörde besteht, nachzuweisen, dass zum Abruf bereitgestellt worden ist. Allerdings kommt dann sozusagen dieser Satz 5 der Benachrichtigung, der soll auch noch das kompensieren. Da ist aber das Gesetz unklar, nämlich die Benachrichtigung, die ja auch nicht nachvollzogen werden kann, ist nach meiner Lesart des Gesetzesentwurfs keine Voraussetzung für die Fiktionswirkung. Das heißt, ob die ankommt oder nicht, ist eigentlich gar nicht entscheidend. So gesehen, und die Fiktionswirkung knüpft auch nach meiner Lesart, soweit habe ich das anders gelesen wie der Kollege Heckmann, bleibt die Auslösung der Fiktionswirkung in dem Moment, wenn eben zum Abruf bereitgestellt wird. Das heißt, das ist unklar. Man sollte an der Stelle auch dann zum Bürger ehrlich sein und im Gesetz hineinschreiben, wann genau die Fiktionswirkung eintritt. Es ist nicht entscheidend, dass die Benachrichtigung tatsächlich Erfolg hat. Das steht auch so explizit im Gesetzentwurf drin. Das waren meine wichtigsten Punkte an der Stelle. Und deswegen vielen Dank. Dankeschön. Und dann kommen wir nunmehr abschließend zur Stellungnahme von Herrn Gabriel Schulz. Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Auch von mir liegt leider keine schriftliche Stellungnahme vor, denn die Einladung kam erst am Freitagnachmittag. Da war die Zeit leider zu kurz für mich. Insgesamt kam die Einladung für mich etwas überraschend, weil ursprünglich der Bundesbeauftragte vorgesehen war, als Berichterstatter oder als Sachverständiger hat mich jetzt gebeten, diese Aufgabe wahrzunehmen. Insgesamt kann ich zu dem gesamten Gesetzgebungsvorhaben sagen, dass da durchaus eine sehr vernünftige Zusammenarbeit zwischen den Datenschutzaufsichtsbehörden und den Stellen dort nachvollziehbar war. Wir sind früh einbezogen worden und konnten auf diese Art und Weise viele unserer Vorstellungen unterbringen. Das hat Geschichte bei dem ganzen Thema OZG. Auch das OZG selber ist ja schon weitgehend im Einvernehmen mit den Datenschutzaufsichtsbehörden formuliert worden. Das ging 2016 los. Da hat die Datenschutzkonferenz erste Anforderungen formuliert zum Thema Einwilligung, zum Thema des Löschens von Nutzerkonten, zum Thema Transparenz, zu den Rechtsgrundlagen für Nutzerkonten. Das ist weitgehend im OZG berücksichtigt worden. Insofern können wir da wenig Kritik erst mal äußern. Das hat aus unserer Sicht sehr gut funktioniert. Problematisch sehen wir natürlich, dass das OZG mit Fristen versehen ist, die sehr unrealistisch sind. Es ist kaum anzunehmen, dass 560 Verwaltungsdienstleistungen fristgerecht umgesetzt werden. Wir haben ein bisschen die Sorge, dass diese Eile zulasten des Datenschutzes geht. Da werden wir sehr genau hingucken und werden versuchen, auch zu unterstützen. Die Aufsichtsbehörden haben gerade jetzt vor wenigen Tagen einen Beschluss gefasst, auf welche Art und Weise die Umsetzung des OZG unterstützt werden soll. Wir werden entsprechende Handreichungen zur Verfügung stellen, damit bei den Federführern in den Ländern ein Material vorhanden ist, nachdem sie einschätzen können, auf welche Art und Weise die einzelnen Leistungen im Datenschutzrecht gestaltet werden sollen. Zum jetzt vorliegenden Gesetzentwurf. Auch da können wir sagen, insbesondere zwischen Bundesbeauftragten und Gesetzgeber gut funktioniert. Grundsätzlich sind wir sehr positiv eingestimmt zu dem ganzen Gesetzesvorhaben. Denn grundsätzlich unterstützen wir natürlich Aktivitäten, die den Zugang der Bürger zu Verwaltungsdienstleistungen vereinfachen, erleichtern. Dazu gehört auch das Rans-Oni-Prinzip, also die Abfrage aus Registern unter der Voraussetzung, dass die Rahmenbedingungen ganz klar geklärt sind. Im Vorfeld wurden diese Datenschutzbelange detailliert diskutiert. Der Bundesbeauftragte war, zumindest nach meiner Kenntnis, sehr detailliert eingebunden und konnte seine Vorstellung dort unterbringen. Die Referenzimplementierung 11, die in Bremen gemacht worden ist, zeigt, wie gut das funktionieren kann, wie gut Transparenz hergestellt werden kann durch ein Datenschutzcockpit. Das ist dort Bestandteil dieser Referenzimplementierung. Insofern kann ich mich nur wiederholen, grundsätzlich sehen wir das positiv. Wir sprechen hier von einem abgeschlossenen und wohl auch angemessenen Datenkatalog. Natürlich gibt es das ein oder andere praktische Problem oder ist zu erwarten, wenn ich nur an das ganze Thema Entgeltbescheinigung denke. Ich habe seinerzeit sehr intensiv das ILENA-Verfahren begleitet, das an der Vielfalt der unterschiedlichen Entgeltbestimmungen und Entgeltdefinitionen gescheitert ist. Da kann ich nur hoffen und empfehlen, dass da eine Vereinheitlichung von Entgeltbescheinigung vorgenommen wird, die das ganze Verfahren vereinfachen und nicht so ein komplexes System unterschiedlichster Entgeltbescheinigungen dort die Grundlage für Datenübermittlung ist. Die Speicherfristen von dem Portal, von den Postfachinhalten ist geregelt. Wir haben Maximalfristen zwischen drei und neun Monaten. Die Verantwortlichkeiten sind festgelegt. Der Portalbetreiber ist für die Metadaten datenschutzrechtlich verantwortlich. Die wellige Behörde ist für die Fachdaten verantwortlich. Die entsprechenden Verarbeitungsbefugnisse können aufgeteilt werden durch entsprechende Auftragsverhältnisse nach 28 Datenschutz-Grundverordnung. Übrigens anders, als wir das in Mecklenburg-Vorpommern machen. Dort sehen wir sehr darauf, dass wir das neue Werkzeug der Grundverordnung verwenden, nämlich den Artikel 26, die gemeinsame Verantwortung. Aus unserer Sicht wird mit diesem Werkzeug ein so komplexes Geflecht von unterschiedlichen Beteiligten besser abgebildet. Das Prinzip der Freiwilligkeit halten wir für ein wichtiges Prinzip, gerade beim Einsatz von Nutzerkonten. Das wird grundsätzlich aufrechterhalten. Ich sage grundsätzlich, weil auch da so ein bisschen die Alarmglocken schlagen, auch wenn es nur in Hinsicht auf die Organisationskonten ist. Da wird nämlich in dem Änderungsantrag schon angedeutet, dass damit zu rechnen ist, dass Organisationskonten möglicherweise doch obligatorisch zum Einsatz kommen und die Freiwilligkeit dort nicht mehr gegeben sein könnte. Ein datenschutzrechtliches Schlüsselthema ist die Frage der Identifizierung. Die Stärke der Identifizierung, also die entsprechenden Vertrauensniveaus, die gewährleistet werden müssen, hängen natürlich von der jeweiligen Verwaltungsleistung ab, die dort abgefragt wird. Wir hätten uns gewünscht, dass der elektronische Personalausweis eine viel größere Rolle spielt. Nach wie vor ist er nicht so verbreitet, wie man sich das wünscht. Auch hier taucht er zwar mit auf, aber nicht mit dem Stellenwert, den wir uns wünschen würden. Das Thema LZ-Zertifikate ist schon angesprochen worden. Wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht mit den LZ-Zertifikaten. Im steuerlichen Kontext ist das ein bewährtes Identifizierungs- und Authentisierungsverfahren. Es ist lange darüber geredet worden, ob mit den LZ-Zertifikaten tatsächlich die jeweils erforderlichen Vertrauensniveaus gewährleistet werden können. Nach meiner Kenntnis ist das BSI dort einbezogen worden, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und hat wohl mehr oder weniger grünes Licht gegeben, sodass mit diesem Zertifikat zumindest vorübergehend, ich glaube bis 2023, das Vertrauensniveau substanziell gewährleistet werden kann. Alles in allem wird also für die Gewährleistung der Familienleistung ein abschließend festgelegter Datenkatalog verwendet, der aus Datenschutzsicht akzeptabel ist. Wie gesagt, es wäre zu begrüßen, wenn die EID-Funktionen dort eine breitere Anwendung finden. Aber wir sehen auch, dass jetzt das Thema einheitliches Personenkennzeichen mit diesem ganzen Verfahren in Verbindung gebracht werden. Das Registermodernisierungsgesetz ist in Arbeit und die Datenschutzkonferenz hat wiederholt davor gewarnt, einen einheitlichen behördenübergreifenden Identifier einzuführen, zuletzt in der Entschließung vom 26. August dieses Jahres. Wir sehen in dieser gewählten Architektur, also der Steuer-ID als bereichsübergreifender PKZ, keine verfassungskonforme Lösung. Es wäre fatal, wenn diese Lösung auch jetzt in dem Bereich Familienleistung eine Rolle spielen wird. Es wurden einfach aus unserer Sicht keine alternativen Modelle für sektorspezifische Kennzeichen in ausreichendem Maße geprüft. Das österreichische Modell ist relativ schnell abgetan worden. Es wäre nicht geeignet. Das halten wir für falsch. Da hätte man mehr Zeit investieren müssen, um entsprechende Modelle zu prüfen, Daten, die zu sektorspezifischen Identifiern führen. Dass es vorgesehen ist, die Vorgaben des Registermodernisierungsgesetzes in der ganzen Breite des OZG umzusetzen, ist ein Beschluss von vor wenigen Tagen des IT-Planungsrats zu nehmen. Denn unter dem Stichwort FitConnect wurde dort entsprechender Text verabschiedet. Da heißt es, datenschutzrechtliche Aspekte sind unter besonderer Berücksichtigung der Vorgaben des Registermodernisierungsgesetzes zu klären und zu dokumentieren. Das heißt, schon dort wird der Weg geebnet, um auch dieses Verfahren künftig mit einem einheitlichen Identifier zu versehen. Das macht ihm deutlich, dass es bei allen OZG-Leistungen offensichtlich der Fall sein wird. Bei allen OZG-Leistungen künftig die Steuer-ID spielen soll. Und damit ist eben die Identifizierung von Betroffenen im Kontext des hier vorliegenden Entwurfs auch angedacht und gemeint. Wir halten diese Verknüpfungsmöglichkeiten über die Steuer-ID für ganz fatal. Die Deal-Bildungen werden einfacher. Die technischen Sicherungen gegen unberechtigte Datenübermittlungen sind keinesfalls so gut gesagt wird. Das Stichwort Four-Corner-Modell, das nur über sechs Verwaltungsbereiche hinweg angewendet wird, zeigt, dass viele Datenübermittlungen dort nicht so geprüft werden technisch, wie sich das die Erfinder mal vorgestellt haben. Gerade im Bereich der Familienleistung wäre das aus meiner Sicht ein falsches Signal, eine zentrale ID dort auch anzuwenden. Also aus datenschutzrechtlicher Sicht kann man nur dringend davor warnen, die Steuer-ID als zentrales Personenkennzeichen auch im Kontext der Digitalisierung von Familienleistung zu nutzen. Das soll es bis jetzt gewesen sein. Vielen Dank. Dankeschön. Dann kommen wir direkt zur ersten Fragerunde, beginnen bei der CDU-CSU-Fraktion und Herrn Müller. Die reduziert sich jetzt auf einen Teilnehmer und damit auch eine Frage. Eine Frage an den Herrn Prof. Dr. Heckmann. Die Stellungnahme des Bundesrates kritisiert den Regierungsentwurf an einem Punkt und dabei an dem Punkt, wenn es um die Übermittlung von Personenstandsdaten geht. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die direkte Abfrage bei den Melderegistern die bessere Lösung wäre und die Bundesregierung stellt sich auf den Standpunkt, es geht auch anders, es geht auch dadurch oder es erledigt sich auch dadurch, dass man den Standesämtern beziehungsweise den Meldeämtern die Verpflichtung auferlegt, den Kreis der Empfänger von Meldungen eben um die Elterngeldstelle zu erweitern. Welche Auffassung haben Sie? Welches wäre die bessere Lösung? Dankeschön. Wir kommen direkt zur SPD-Fraktion und Frau Kaiser. Vielen Dank auch für die Ausführungen. Ich freue mich auch sehr, dass von den meisten Berichterstatterinnen und Berichterstattern heute das Gesetz im Grunde nach als effizient für die Verwaltung und auch bürgerfreundlich angesehen wird. Meine zwei Fragen richten sich an den Berichterstatter Dr. Kark und ich würde gerne wissen, dass Sie hervorgehoben haben, die Streichung des Einwilligungserfordernisses für die Übermittlung personenbezogener Daten vorzuziehen und wollte nachfragen, welche genauen Vorteile Sie darin erkennen. Und ist es denn sinnvoll, hier einen Sonderweg einzuschlagen, weil das OZG ja auch weiterhin Einwilligungserfordernisse vorsieht? Wäre das dann nicht auch Anlass, komplett nochmal die Systematik des OZG zu betrachten? Dankeschön. Wir kommen zur FDP-Fraktion und Herrn Höferlin. Vielen Dank. Vorweg, die Freien Demokraten finden es immer gut, wenn Prozesse sich digitalisieren und ich freue mich ganz besonders, wenn ich dann höre, wie von Frau Dr. Bastian, dass es eben nicht nur auf die äußere Schale der Digitalisierung, sondern auch um die Prozesse dahinter geht. Ich sage das an vielen Stellen immer wieder. Die Sachverständigen waren jetzt hier ein bisschen zu höflich, um es deutlich zu sagen. Das, was wir hier vorgelegt bekommen, worüber wir heute reden, ist ja ein Gesetzentwurf mit einem Änderungsantrag. Der Gesetzentwurf hatte 44 Seiten, der Änderungsantrag dann 22 Seiten. Eigentlich geht es hier im Kern am Ende um ein OZG-Änderungsgesetz und nicht mehr um ein Gesetz zur Digitalisierung von Familienleistungen, weil durch den Änderungsantrag massiv Veränderungen im OZG vorgenommen werden. Das ist, muss man vorweg zu sagen, parlamentarisch kein guter Move der Regierung gewesen. Dafür hätte es eigentlich auch Gründe genug gegeben, mal ein eigenes Gesetz zu machen und ein komplettes parlamentarisches Verfahren über diese wichtigen Änderungen zu machen und das nicht huckepack auf Familienleistungen draufzuhängen. Grundsätzlich habe ich zwei Fragen an Professor Richter. Im Gesetzentwurf steht jetzt, dass ein Organisationskonto, ein Nutzerkonto, das juristischen Personenvereinigungen, denen ein Recht zustehen kann, natürlichen Personen, die gewerblich und berufspfleglich sind und Behörden zur Verfügung steht. Diese Formulierung soll jetzt ins OZG eingefügt werden. Halten Sie es für ausreichend, das so zu machen, um die komplexen Fragestellungen, die sich an einem Organisationskonto hängen, zu regeln? Zumal dann ja auch viele Dinge in die Verordnung geschoben werden. Oder hätte man da nicht mehr bei dem OZG machen können und müssen? Und haben Sie da Ideen zu? Und die zweite Frage. Es zeichnet sich ja ab. Sie haben dazu auch schon was gesagt, dass in der Beschleunigung der Verwaltungsmodernisierung jetzt auch auf altbekannte Verfahren zurückgegriffen wird. Ich erinnere mich noch, vor zehn Jahren haben wir schon darüber gesprochen, mit welchen Methoden man Verwaltungsmodernisierung vorantreibt. Und jetzt wird letztlich der ELSTER-Bereich dazugezogen. Für den Organisationsbereich vielleicht eine kluge Sache, aber eigentlich haben wir ja über die IDs genug Identifikationen. Jetzt sagen Sie selbst in Ihrer Stellungnahme, ja, da wird die Steuer-ID nicht verknüpft. Aber letztlich werden zwei Verfahren zusammengebunden und eines davon, nämlich das ELSTER-Verfahren, ist eigentlich darauf ausgelegt, mit Steuer-ID am Ende zu arbeiten. Ist es nicht eine Frage der Zeit? Und wie groß sehen Sie da die Gefahr, dass man das später im weiteren Verlauf der OCG, des OZG, der Registermodernisierung zusammenpackt und diesen Identifier eben dann doch dazufügt? Und gibt es nicht auch andere Alternativen dazu? Dankeschön. Wir kommen zur Fraktion Die Linke und Frau Pau. Ja, Dankeschön. Anknüpfend an die Kritik von Herrn Schulz möchte ich Herrn Rehak fragen und ihr Angebot aufnehmen, dass Sie uns darstellen, wie man das anders, richtig und gut machen könnte. Vielleicht können Sie uns darstellen, welche Möglichkeiten Sie hier sehen. Vor einigen Jahren, das kam heute schon zur Sprache, wurde uns der elektronische Personalausweis als das zentrale Vehikel der Bürgerinnen und Bürger für die Abwicklung digitaler Behördengänge präsentiert. Und er ist ja auch standardmäßig in den Personalausweis oder im Personalausweis erst mal integriert. Jetzt wird uns hier für ein völlig neues System für die Authentifizierung präsentiert, nämlich die Nutzung des ELSTER-Zertifikats. Halten Sie das für ein überzeugendes System? Ist das tatsächlich ein zukunftsfähiger Ansatz? Oder könnten hier auch neue Fahrtabhängigkeiten entstehen, die den Blick auf bessere Lösungen verstellen? Und zweitens, welche alternativen Identifizierungsverfahren sind denkbar, die vielleicht sogar sicherer und auch skalierbar sind und gegenüber dem elektronischen Personalausweis oder eben dem ELSTER-Zertifikat noch Vorteile bieten? Ich bin einerseits jetzt auf der Seite der Nutzer, aber es stellt sich natürlich auch die Frage für die Handhabbarkeit in den Behörden, ob da nicht auch Alternativen sinnvoller und denkbarer und vor allen Dingen zukunftsträchtiger sind. Dankeschön. Dann kommen wir nunmehr zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Frau Rösner. Vielen Dank für die Vorstellung und die Stellungnahmen. Und ich möchte mich vorab der Kritik auch gerade von Manuel Höferlin anschließen, was diesen Änderungsantrag angeht, der ja weitaus mehr ist als ein gewöhnlicher Änderungsantrag. Und deshalb meine Fragen, die sich beide an Herrn Schulz richten, auch dazu. Welche Gefahren sehen Sie denn hinsichtlich des Änderungsantrags der Großen Koalition mit Blick auf den Gesetzentwurf insgesamt und den daran angelegten allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorgaben und welche Folgen hätten diese Änderungen auch auf derzeitige Projekte wie ELFE zum Beispiel? Und dann haben Sie auch das Register Modernisierungsgesetz angesprochen. Die Frage der Identifier wurde eben auch von Petra Pau genannt. Welche datenschutzrechtlichen Auswirkungen hätte denn die Umsetzung des Vorhabens bei der Register Modernisierung auf den hier vorliegenden Gesetzentwurf? Dankeschön. Dann kommen wir zur Antwortrunde und wir beginnen mit Herrn Professor Dirk Heckmann. Ja, vielen Dank für die Frage von Herrn Müller. Ich spreche allerdings einen Bereich an, mit dem ich mich jetzt nicht vertieft befasst habe, weil es einfach ein sehr komplexes Gesetzespaket war und ich habe mir die Dinge rausgesucht, die aus meiner Sicht besonders interessant auch zu kommentieren sind, auch aus wissenschaftlicher Sicht. Und das, was Sie ansprechen, eben die Frage, wie bestimmte Daten übermittelt werden, eben durch eine aktive Übermittlung seitens beispielsweise der Standesämter oder durch einen passiv geprägten Abruf aus den Melderegistern, war für mich ehrlich gesagt keine besonders rechtlich spannende Frage, weil es einfach mehr darum geht, in der Praxis eben zu schauen, was ist pragmatisch sinnvoll, was ist technisch gut umsetzbar und was passt in das Gesamtkonzept am besten hinein. Und aus rechtlicher Sicht möchte ich anführen, das sind einfach zwei parallele Gestaltungsmöglichkeiten, ob ich das durch Übermittlung mache oder durch Abrufe mache und da kann ich jetzt keine Expertise beisteuern, eben als Staatsrechtler und Verwaltungsrechtler, was da sozusagen der bessere Weg auch in technischer und satorischer Hinsicht ist. Rechtlich sind sie praktisch gleichwertig und da gibt es sicherlich auch einen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, welchem Modell er folgen mag. Und so gesehen sehe ich das auch nicht, da habe ich es nicht wahrgenommen, als besondere Kritik des Bundesrates, eben auch etwa in verfassungsrechtlicher Hinsicht, sondern eher als ein Prüfauftrag, eine Empfehlung. Man könnte es auch alternativ überlegen, das ist das gute Recht natürlich auch, aus Sicht der Länder so etwas zu prüfen. Das stelle ich ein Heim, ob man das auch im weiteren Gesetzgebungsverfahren weiter verfolgt und die Vor- und Nachteile, die jemanden kruiert, da wird mit Sicherheit auch Expertise von anderer Stelle geben. Ich selber sehe da jedenfalls rechtlich jetzt keine Probleme, ob man das ein oder andere Verfahren wählt. Vielen Dank. Dankeschön. Wir kommen zur Antwort von Herrn Dr. Moritz Kark. Herr, vielen Dank. Ich erlaube mir das kurz mal zu erläutern, dass ich zwölf Jahre lang Kollege von Gabriel Schulz war. Das heißt, aus meiner praktischen Erfahrung heraus ist die Einwilligung so ziemlich das schlechteste, was man aus datenschutzrechtlicher Sicht nutzen kann, vor allen Dingen im staatlichen Bereich. Wir haben es hier mit einer Übermittlung, einer sehr komplexen Übermittlungslage zu tun. Ich bezweifle und da gibt es auch entsprechende Rechtsprechung, die ich auch davon zitiert habe. Im Sozialbereich haben wir einerseits die Schwierigkeit, dass die Betroffenen, die antragstellenden Personen diese Komplexität der Übermittlung im Prinzip gar nicht überblicken können, Nummer eins. Nummer zwei, man muss sich die Frage stellen, das ist die Bedingung für eine Einwilligung, liegt überhaupt Freiwilligkeit vor in diesem Bereich? Es geht ja hier im Prinzip um eine Sozialleistung, da stellt sich schon die Frage, sind wir im klassischen Sinne frei zu entscheiden? Ich zum Beispiel war damals nicht frei. Ich habe mich mit meiner Frau entschieden, dass wir 50-50 machen und ich brauchte das Geld. Insofern stellte sie für mich gar nicht die Frage, ob ich eine Einwilligung erteile oder theoretisch, damals ging das ja gar nicht, ich habe es ja per Papier gemacht, aber ich hatte nicht die Freiheit zu entscheiden, brauche ich das Geld oder brauche ich es nicht, ich benötigte es, also hätte ich alles angeklickt. Das heißt, das ist sozusagen die Seite der Betroffenen bzw. der Antragstellerinnen und der Antragsteller. Jetzt betrachten Sie, wir können das genauso auf der anderen Seite machen für die Behörden. Wir hier jedenfalls und ich in meinem Referat, wir nehmen das ernst, wenn dort eine Einwilligung gefordert wird, dann programmieren wir das rein. Das bedeutet aber, und das können Sie sich jetzt mal aufmalen, nach dem Doppeltürmodell des Bundesverfassungsgerichts müssen Sie eine Einwilligung auf der Seite derjenigen Stelle haben, die jetzt schiebt oder pullen, das ist jetzt egal, also die, nehmen wir mal das Standesamt und Sie brauchen auf der Elterngeldstelle diese Einwilligung. Das heißt, Sie müssen bzw. die Betroffenen müssen sowohl dem Standesamt als auch der Elterngeldstelle jeweils eine Einwilligung erteilen und die Elterngeldstelle bzw. das Standesamt muss vorhalten, also auch mitführen, sind tatsächlich diese beiden Einwilligungen erteilt worden. Wenn Sie jetzt durch den Gesetzentwurf gehen, stellen Sie fest, Sie haben da sechs Einwilligungen. Ich habe es jetzt nur ganz grob gezählt, ich hätte jetzt nicht so viel Zeit, ich glaube, es sind mehr, aber lassen Sie es bei den sechs Einwilligungen übrig. Das heißt, das skaliert nicht so, also das skaliert nach oben und das müssen Sie jeweils natürlich miteignen, weil wir wollen es ja nicht per Papier haben, weil das wäre jetzt komplett abstrus, ich stelle sozusagen meinen Antrag in meiner App und muss dann nebenbei Häkchen machen auf Papier, das wollen wir nicht, das heißt, Sie programmieren es in den Antrag rein und diese Signale müssen Sie dann parallel in den Fachverfahren der Behörden mitführen, weil das muss ja sozusagen die verantwortlichen Stellen, müssen das ja nachhalten und Sie müssen es auch immer wieder weiter pflegen, zumindest für die Dauer des Verfahrens. Das heißt, wir haben sowohl auf Seiten derjenigen, die den Antrag stellen, auf Seiten der Behörden zusätzlichen Aufwand, der und das übrigens, davon bin ich fest überzeugt, mit einer sauberen und vor allem engen Zweckbindung auf diese einzelnen Übermittlungsvorschriften deutlich stabiler ist. Eine Einwilligung, und ich habe das Problem gerade durch bei den Nutzerkonten, eine Einwilligung ist jederzeit änderbar und obliegt dann auch den einzelnen Behörden, wie Sie sie gestalten. Ob das dann immer und jederzeit rechtssicher ist, da habe ich offengestanden meine Zweifel. Das ist sozusagen die Motivationslage, warum ich sage, schaffen Sie bitte eine saubere Rechtsgrundlage für die Übermittlung und dann kann man auch, da stimme ich Herrn Heckmann übrigens auch aus praktischer Sicht überein, es ist im Prinzip egal, solange Sie eine saubere Rechtsgrundlage haben, ob Sie Pull oder Push machen, das spielt dann am Ende des Tages technisch betrachtet gar nicht mehr so eine große Rolle, solange Sie einen einheitlichen Übermittlungsstandard haben. Also da ist kein großer Spielraum mehr drin. Im Übrigen, ich weise nochmal darauf hin, im gesamten öffentlichen Bereich ist eigentlich nicht die Einwilligung der Standard, sondern eine gesetzliche Grundlage, wenn es um Übermittlung von Datenbeständen geht. Passt das ins OZG? Ich bin fest davon überzeugt, dass das ins OZG passt, weil es wäre auch kein Sonderweg, weil das OZG selber ja, ich hatte das eingangs schon gesagt, das OZG selber ja es den antragstellenden Personen freistellt, ob sie den digitalen Weg wählen, also ein vollständig digitales Verfahren, oder ob sie sozusagen den klassischen Papierantrag wollen. Und genau da liegt ja auch die Freiheit derjenigen Personen, die Sie hier ja auch versuchen abzubilden. Es geht ja gar nicht so sehr darum, die Freiheit will ich einen Antrag stellen oder nicht, sondern es geht um die Frage, in welcher Form. Zeigt sich auch in § 9, soweit die betroffene Person eine Einwilligung erteilt hat, den Bescheid digital. Das ist doch die Freiheit, die Sie hier regeln wollen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass in dem Augenblick, wo ein Antrag auf dem digitalen Weg gestellt wird, dann auch durch entsprechende Formulierung, ich habe ein paar Vorschläge gemacht, wie durch entsprechende Formulierung dann auch gesichert wird, dass dann erst die Datenübermittlung ausgelöst wird, wenn der digitale Antrag vorliegt. Dankeschön. Dankeschön. Und wir kommen nunmehr zu Herrn Rainer Reak. Ja, die Frage war ja so ein bisschen nach dem ELSTER-Zertifikat und der Nutzung und den Alternativen. Also am ELSTER-Zertifikat oder an der Nutzung des Zertifikats zur Authentifizierung erkennt man schon, dass das alles so ein bisschen übers Knie gebrochen wird. Also es gab kein Organisationskonto und keine Organisationsidentifikation und dann nahm man halt ELSTER. Wir würden auf alle Fälle da empfehlen, das nicht zu verwenden, weil das Zertifikat war mal für Steuernutzung gedacht und nicht für die allgemeine Identifikation für alle Arten von staatlichen Leistungen. Und wenn man so eine Technologie benutzt, anders als sie ursprünglich mal gedacht war, dann stimmen natürlich auch die ganzen Bedrohungsszenarien nicht mehr. Das heißt, ein ELSTER-Zertifikat ist eine Datei, die einen PIN hat und sobald man die Datei hat, kann man die PIN brute forcen, also einfach durchprobieren und dann ist das relativ schnell gelöst, wenn man die entsprechenden Rechner öffnet. Das ist bei so Authentifizierungsmöglichkeiten wie dem NPA, also dem neuen Personalausweis, elektronischen Personalausweis, ist das anders gesichert und anders designt. Deswegen halten wir oder halte ich dieses ELSTER tatsächlich für einen sehr, sehr schlechten Kompromiss an der Stelle. Vermutlich hätte man die Zeit noch, so etwas Ähnliches wie den NPA für Organisationen zu bauen und dann das System ordentlich auszurollen und zu nutzen. Es wurde vorhin angesagt, die Rolle des NPA insbesondere, also die würde ich auf alle Fälle auch viel prominenter sehen. Natürlich muss nach 13 Jahren da auch mal ein Update erfolgen, aber grundsätzlich ist diese Architektur da sehr schön gebaut und sehr schön gedacht, konzipiert. Was man da noch machen müsste, wäre diese qualifizierte elektronische Signatur wiederbeleben. Da gab es mal einen Anbieter, das war die Bundesdruckerei, die machen das nicht mehr. Wenn man das wieder neu auflegen würde, das könnten die Bürger, also wenn die kryptografische Infrastruktur steht, könnten einfach Bürgerinnen und Bürger ins Bürgeramt gehen und sich die Signatur draufladen lassen. Dann könnte man mit diesem NPA tatsächlich, würde das diese Rolle sehr gut übernehmen und dann bräuchte es ein Äquivalent eben für Organisationen. Aber Elster ist da sehr, sehr schwierig, wie eben umgerissen. Und zuletzt noch diese pure Nähe zum Bundeszentralamt für Steuern. Mit der Steuer-ID lässt mich auch ein bisschen in Unverständnis zurück, diese drohende Verbindung nicht zu sehen. Das muss unbedingt verhindert werden. Und diese Elster-Nutzung verfestigt so einen Weg in die Richtung. Die nächsten Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die hierüber abstimmen werden, wenn Elster-Zertifikat genutzt wird, die werden auf einer faktischen Grundlage, dass es schon verwendet wird, arbeiten. Das heißt, der nächste Schritt ist dann schon gemacht. Und umso schwieriger wird es, da wieder wegzukommen. Deswegen will ich schließen mit der Warnung. Nichts hält länger als ein Provisorium. Dankeschön. Dankeschön. Und wir kommen nunmehr zu Herrn Professor Eike Richter. Vielen Dank für die Fragen an Herrn Höferlin. Vielleicht ist das eingangs tatsächlich etwas untergegangen. Also tatsächlich meine ich auch, man hätte ein Gesetz, das jetzt im Grunde erst einmal natürlich die Familienleistung betraf, aber eben im Grunde in diesem Sinne huckepack doch sehr grundlegende Änderung des OZG vorsieht. Ich hätte es für angemessen gefunden, etwas ausführlicher im parlamentarischen Verfahren, aber auch in der fachlichen Verfahren zu diskutieren. Das ist wirklich relativ kurzfristig für solche fundamentalen Normen, wie eben zum Beispiel eben die angesprochene Nutzung des Elster-Zertifikats, aber eben auch zum Beispiel dieser Bekanntgabe-Fiktion, die nicht keine verwaltungsverfahrensrechtliche Kleinigkeit ist, sondern tatsächlich eine Veränderung ist der Wirksamkeit von staatlichen Akten gegenüber dem Bürger. Das klingt zwar alles sehr trocken mit der Bekanntgabe und so, aber das ist ein entscheidender Moment, wo sozusagen die Sphären zwischen Staat und Bürger abgegrenzt werden in diesen Regelungen, die hier berührt werden. Deswegen, ja, und ich würde den Entwurf nur unter dem Gesichtspunkt unterstützen, das wollte ich gemacht haben, dass es ein Fortschritt ist besser als gar kein Fortschritt, weil das ist die Erfahrung der letzten Jahre. Wir sind ja schon mit vielen Projekten und Initiativen. Ich denke an sowas wie Bond Online 2005, da wird sich keiner mehr dran erinnern so richtig. Das gab es alles schon, die Versuche und in deren Sicht bin ich immer froh, wenn es ein Stückchen, was Digitalisierungschancen auch ausnutzen quasi betrifft. So gesehen finde ich das immer noch einen Fortschritt. Aber es ist ja etwas über die gebrochen, das kann man schon sagen. Zur ersten Frage war die Organisationskonten. Ja, in der Tat hätte man eine ausdifferenzierte Regelung wünschen. Da gilt eben das Prinzip, immerhin wird das eingeführt, weil letztendlich muss man sich Folgendes vorstellen. Das Organisationskonto bildet im Grunde das eine juristische Person ab, also sozusagen das Unternehmen, eine Organisation, eine Institution im Verhältnis zu natürlichen Personen. Und wenn man sich das auf der rechtlichen Regulierungsebene vorstellt, warum haben wir bisher kein Problem damit gehabt in der nicht digitalen Welt, weil in einer analogen Welt greift neben dem allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht das gesamte Gesellschaftsrecht als Regelungen hinein und regelt die Institution der juristischen Person. Wer handelt eigentlich, wie läuft das innerhalb der Organisation? Jetzt versucht man im Grunde hier nicht quasi das auszudifferenzieren, sondern in ein Sondergesetz reinzuschreiben. Und da muss man sagen, das OZG ist schon das zweite Sondergesetz neben dem E-Government, mit Gesetzen der Länder, die auch schon daneben stehen. Das ist das, was ich eingangs meinte, nicht unbedingt ein Weg zur konsistenten Regulierung. Deswegen wäre es besser gewesen, es ja ausdifferenzierter zu regeln, das Organisationskonto, als auch besser natürlich auf Gesetzesebene das zu machen. Auch das ist Kennzeichen für das OZG. Viele Bereiche konnte man sich auch, als das OZG entstanden ist, nicht richtig einigen in der konkreten Ausgestaltung. Deswegen sind da ganz viele Verordnungsermächtigungen drin, die eigentlich die eigentliche Ausgestaltung bedeuten. Und deswegen wäre es gut gewesen, man hätte einen Verordnungsentwurf auch schon vorliegen gehabt, dann hätte man das auch besser beurteilen können. Dann zum ELSTER-Verfahren war ja die Frage, ist das nicht so eine Zusammenlegung der Verfahren? Auch das würde ich bejahen. Natürlich wird das in dem Sinne das ELSTER-Verfahren, das Steuerverfahren damit hineingezogen in das allgemeine Verwaltungsverfahren, wenn man das sagen darf. Woran liegt das eigentlich? Ein Vorredner hat das eben schon gesagt, wir haben einfach nichts anderes für Organisationen. Das ist einfach der traurige Umstand. Deswegen, dass man irgendwann auf den Gedanken kommt, wenigstens das zu nehmen, was man da hat, finde ich jetzt gar nicht so überraschend. Hätte man auch schon viel früher machen können. Und natürlich ist es etwas, was da Digitalisierung während Funktionen, die wir eigentlich rechtlich getrennt haben, nämlich verschiedene Verfahren mit verschiedenen rechtlichen Regelungen, verschiedene Institutionen über die Digitalisierung wieder zusammengelegt. Das heißt, die Funktionentrennung, man kann auch Gewaltentrennung nehmen, nämlich einer innerhalb sozusagen der Funktionentrennung innerhalb einer Gewalt, die werden damit überspielt. Und ja, ich würde auch sagen, im Moment ist in dem Entwurf, zumindest zur OZG-Änderung, explizit gesagt, dass die Steueridentifikationsnummer nicht weitergegeben wird. Das steht da drin, explizit ausgenommen. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass wenn man sozusagen wie der sich leicht erhitzende, erhitzt werdende Wasser, Frosch im Wasser sozusagen irgendwann nicht mehr merkt, weil man rechtzeitig rausspringen muss. Tatsächlich ist diese Gefahr da. Deswegen wäre besser, die Funktionentrennungen und die getrennten Regulierungen von Verwaltungsverfahren, die wir haben, nämlich in dem Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz und in den Fachverwaltungsverfahrensgesetzen der einzelnen Bereiche, tatsächlich auch digital umzusetzen und zu erhalten und nicht über die Digitalisierung letztendlich immer weiter zusammenzuführen. Aber das ist eine Sache des Reformfortschrittes. Und an dieser Stelle will ich mit dem Punkt schließen. Ich würde mir wünschen, also ich sehe auch diese OZG-Erweiterung, wie das OZG und auch das E-Government-Gesetz insgesamt, ist eine Reaktion gewesen, die lange Jahre anhält, dass die Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetze nicht hinreichend in die digitale Welt überführt worden ist. Der Paragraf 9 OZG, der eingeführt worden ist, in der Bekanntgabe von einem Verwaltungsverfahrensgesetz gehört. Da steht nämlich eine explizit eine andere drin. Und ich frage mich dann, wieso machen wir Ausweichregulierungen? Nur weil wir jetzt die Digitalisierung erfunden haben für das Buch und das Papier haben wir auch kein solches Gesetz gemacht. Also in der Hinsicht, das ist das Medium. Das Medium muss integriert werden in die Sachregelung. Dankeschön. Und wir kommen nunmehr zu Herrn Gabriel Schulz. Vielen Dank für die beiden Fragen. Die eine Frage richtete sich in die Richtung Gefahren des Änderungsantrages insgesamt und die daraus resultierenden Folgen. Es klang schon an, dass mit diesem Änderungsantrag wird, als zunächst der Anschein erweckt wird. Es geht eben nicht nur um die Familienleistung und die Digitalisierung der Familienleistung. Es geht um die Änderung des OZG insgesamt. Damit ist alles das, was hier an Änderungen vorgeschlagen wird, ja in einem viel größeren Kontext zu sehen. Ich kann einigen meiner Vorredner zustimmen. Das hätte in ein eigenes Gesetz gehört, diese ganzen Änderungen, die jetzt hier vorgeschlagen werden. Und ganz konkret ist eben zu erkennen, dass das in die Richtung geht, dass dort tatsächlich Zentralisierung der Gestalt angedacht sind, dass einheitliche Identifier und aktiver Haushalte auftauchen werden. Damit komme ich zu dem zweiten Teil der Frage, nämlich den Auswirkungen des Registermodernisierungsgesetzes auf den Gesetzentwurf. Da sehen wir sehr deutlich, in welche Richtung das gehen kann. Das Registermodernisierungsgesetz sieht diesen einheitlichen Identifier vor. Da werden zwar Schranken eingebaut, Stichwort 4-Corner-Modell, wo die Übermittlung zwischen verschiedenen Bereichen der Verwaltung elektronisch geprüft werden soll. Aber es bleibt trotz allem so ein geschlossenes System, wo nicht nachvollziehbar ist im Endeffekt, was passiert dann tatsächlich. Insbesondere, wenn es um Datenübermittlungen geht, die innerhalb des eigenen Bereiches stattfinden. Dort greift nämlich dieses 4-Corner-Modell nicht und die automatischen Prüfungen laufen nicht. Wenn das Registermodernisierungsgesetz so verabschiedet wird, ist damit zu rechnen, dass die Steuer-ID eben tatsächlich auch in den Katalog der Daten kommt, der jetzt diskutiert wird. Im Moment wird die Steuer-ID ganz bewusst nicht dort aufgeführt. Und das ist auch gut so, weil die Verknüpfungsmöglichkeiten eben erhebliche Risiken mit sich bringen. Die Gefahr sehe ich ganz einfach und die ist auch ganz realistisch. Ich habe vorhin den Beschluss des IT-Planungsrats vor wenigen Tagen zitiert, der sehr deutlich sagt, für alle OZG-Leistungen sollen die Datenschutzvorgaben, die im Registermodernisierungsgesetz angedacht sind, umgesetzt werden. Also es ist erklärtes Ziel, genau das zu tun. Wir sehen da eine ganz große Gefahr, dass einfach grundrechtswidrige Regelungen geschaffen werden. Denn nicht umsonst hat das Bundesverfassungsgericht zu wiederholten Male und immer wieder gesagt, welche Risiken mit einheitlichen Personen-Kennziffern verbunden sind. Nur nebenbei, dass der Big Brother Award für das gesamte Vorhaben Registermodernisierungsgesetz an die Innenministerkonferenz ausgerechnet in der Kategorie Geschichtsvergessenheit erteilt wurde, ist für mich ein deutliches Zeichen, dass einfach vergessen wird, was in der Vergangenheit mit entsprechenden zentralen Personen-Kennzeichen möglich war. Und dieses Risiko, das sollten wir immer im Blick haben. Das sollten wir im Blick haben, wenn es darum geht, die einzelnen OZG-Leistungen umzusetzen. Und dieses Risiko sehe ich gerade insbesondere auch hier bei den Familienleistungen, wo es um sehr sensible Daten geht, wo Profilbildungen ohne weiteres denkbar sind und wo die gläsernen Eltern, um es bürdig zu sagen, vor der Tür stehen. Dankeschön. Dankeschön. Und wir kommen direkt zur zweiten Fragerunde, beginnen wieder mit der CDU-CSU-Fraktion und dann nein, keine Fragen. Dann fahren wir fort mit der SPD-Fraktion und Frau Kaiser. Ja, vielen Dank auch nochmal für die ja doch sehr fundierten nochmal Erläuterungen einzelner Aspekte. Ich denke auch gerade die Trennung vielleicht oder Schärfung nochmal zwischen OZG und Verwaltungsverfahrensrecht, das sollten wir uns im weiteren Prozess nochmal anschauen. Meine Frage wäre jetzt nochmal an den Berichterstatter Dr. Heckmann. Und zwar ist meine Frage auch bezogen auf die Ausführungen von Dr. Kark nochmal, wie Sie das einschätzen, was das Einbedingungserfordernis angeht. Können Sie die Bedenken, die Herr Dr. Kark geäußert hat, da nochmal nachvollziehen? Da wäre meine Frage, wie Sie das einschätzen. Und eine zweite Frage wäre auch mit Blick auf die, wir wollen ja alle, dass der gesamte Verwaltungsprozess letztendlich digital abläuft. Nur so macht es Sinn. Es wurde ja auch von mehreren Berichterstatterinnen und Berichterstattern erwähnt, dass es keinen Sinn macht, nur Zugänge zu ermöglichen, sondern eben genau die Verwaltungsprozesse als solche zu digitalisieren. Und da hat ja auch Dr. Kark ausgeführt, dass es wichtig wäre, in diesem Zusammenhang auch das Postfach und das Basis-Nutzerkonto verpflichtend einzuführen, um eben auch einen medienbruchfreien Vorgang zu ermöglichen und eben dann auch im Sinne einer gesamt digitalisierten Verwaltungsleistung das Ganze abzubilden. Da würde ich auch gerne wissen, wie Sie das einschätzen. Dankeschön. Wir kommen zur FDP-Fraktion und Herrn Höferlin. Vielen herzlichen Dank. Ich habe zwei Punkte, die ich auch aufgreifen möchte. Einmal eine Frage an Herrn Rehak. Sie hatten vorhin Ihren Eingangsstatement thematisiert, dass gar nicht mehr transparent ist, wer innerhalb der Burgmauern auf Daten zugreift. Was ist denn dann da die Lösung? Ich denke da immer an das Modell, was in Estland auch funktioniert, wo Zugriffe auf Daten immer auf einem externen Protokollserver gespeichert werden, sodass man mit seiner Identifier-Nummer, mit seinem Personalausweis, seiner ID-Karte, bei uns wäre es dann auch der neue Personalausweis, der Personalausweis ist ja nicht mehr neu, also der Personalausweis, wie wir das neu mal abgewöhnen bei dem Personalausweis, so neu ist er jetzt wirklich nicht mehr. Wenn ein Personalausweis online vielleicht Transaktionen mit seiner ID abfragen könnte oder Ähnliches, vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Ich glaube auch, das würde Vertrauen in Systeme stärken, wenn man die Transaktionen, die mit seinen Daten gemacht würden, nachher wieder sehen kann. Und der zweite Punkt ist die Frage auch noch mal an Herrn Prof. Richter. Wenn an vielen Stellen erwähnt wurde, Frau Kaiser hat gerade mal gesagt, dass die Einwilligung die schlechteste Möglichkeit ist, die man bei der Datenverarbeitung gerade in der öffentlichen Hand stützen kann. Wie kann man das denn sonst machen? Oder vielleicht können Sie sozusagen das Zielbild einer effizienten Verwaltungsmodernisierung ein Stück weit skizzieren, weil letztlich geht es im Gesetz nicht mehr um Familienleistungen, sondern um ein Stück Grundgerüst, der letztlich gebaut wird, über das OZG, wie die Verwaltung von morgen aussehen kann. Und mit den Sachen, die da jetzt per Änderungsantrag gelegt werden, müssen wir dann nachher weiterleben. Dankeschön. Wir kommen zur Fraktion Die Linke und Frau Pau. Ja, Dankeschön. Ich wende mich noch einmal an Herrn Rehak und schließe mich an die erste Frage des Kollegen Höferlin an. Wir haben das vorhin schon mal gestreift. Ich wüsste tatsächlich in Bezug auf die Nutzung der Daten von Behörden untereinander gern von Ihnen noch mal, welche alternativen Möglichkeiten, die den datenschutzrechtlichen Anforderungen auch genügend für die Kommunikation mit den Behörden und vor allen Dingen zwischen den Behörden aus Ihrer Sicht hier angezeigt werden. Und dann etwas, also ich erinnere mich noch dunkel, da war ich noch ganz jung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Da haben wir sehr ausführlich über das D-Mail-System und die Einführung diskutiert. Es geht also um sichere Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger mit den Behörden. Nach meinem Eindruck ist das ein ziemlicher Rohrkrepierer geworden. Aber welche Alternativen sind aus Ihrer Sicht hier denkbar, um Bürgerinnen und Bürgern einen komfortablen Kommunikationsweg, der eben aber auch sicher ist und den Versand auch von signierten Dokumenten ermöglicht, anzubieten. Dankeschön. Und dann kommen wir abschließend zur Fraktion Bündnis 90 die Grünen und Frau Rösner. Ja, vielen Dank. Ich hätte auch noch mal eine Frage an Herrn Schulz. Und zwar möchte ich ihm einmal die Gelegenheit geben, noch mal zu der Frage Einwilligungserfordernis und Freiwilligkeit etwas zu sagen, was die Differenzen auch angeht zu Herrn Haag. Und die zweite Frage wäre, Sie haben beschrieben, dass die Datenschutzbeauftragten der Länder und der BFDI sehr früh einbezogen worden sind. Können Sie vielleicht mal schildern angesichts der Tatsache, dass das ja leider nicht so häufig vorkommt, von wem Sie denn wie einbezogen wurden, damit man das vielleicht für zukünftige Verfahren in diesem Bereich als Modell sozusagen einführen könnte? Dankeschön für die Fragen. Wir beginnen wieder mit der Antwortrunde der Sachverständigen. In der zweiten Runde traditionell immer in umgekehrter Reihenfolge, sodass wir mit den Antworten von Herrn Gabriel Schulz beginnen. Ja, schönen Dank für die Fragen. Stichwort Einwilligung, Freiwilligkeit. Ja, Herr Dr. Kark hat natürlich recht, dass die Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden ist und alle Verarbeitungen auf klar definierten rechtlichen Regelungen basieren sollen. Wir müssen aber auch ein Blickfeld haben, dass wir Bürger haben, die keinesfalls ausschließlich elektrisch mit der Verwaltung kommunizieren wollen. Das OZG hat ein sehr fein abgestuftes System von Einwilligung, wo man sagen kann, bis hierhin und nicht weiter elektronisch, das ist aus unserer Sicht ein vernünftiger Weg. Die Einwilligung ist eine der grundlegenden Rechtsgrundlagen, die die Datenschutzgrundverordnung im Artikel 6 vorgibt. Insofern gibt es keine Veranlassung davon, auch in der Verwaltung grundsätzlich abzusehen. Die Einwilligung, so wie sie hier gemacht worden ist, dass sie in einen rechtlichen Rahmen eingebunden ist, ist aus meiner Sicht genau der richtige Kompromiss, der Zwischenweg, der akzeptabel ist, wo einerseits rechtliche Rahmenbedingungen wirklich den wichtigen Rahmen liefern und innerhalb dieses Rahmens ein abgestuftes System von Einwilligung denkbar ist. Es kann nicht sein, dass allein die Leistungsfähigkeit der Verwaltung oder die Reaktionsmöglichkeiten der Verwaltung auf Einwilligung maß dafür sein sollen. Es bedarf eines komplexen Einwilligungsmanagements. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Aber das wäre Aufgabe der Verwaltung, solch ein Einwilligungsmanagement auch händeln zu können. Davon sehe ich diesen Widerspruch nicht unbedingt. Zur zweiten Frage. Einbeziehung der Datenschutzbeauftragten. Ich kann jetzt leider nicht für den Bundesbeauftragten sprechen, weil ich nicht weiß, welche Wege dort gelaufen sind. Was bei uns sehr gut funktioniert hat, war beispielsweise die Planungsrat. Ich bin der Vertreter der Landesdatenschutzbeauftragten im IT-Planungsrat und hatte da immer die Möglichkeiten, die Auffassung der Datenschutzkonferenz einzubringen. Ich habe von der Entschließung von 2016 berichtet. Da haben wir entsprechende Vorschläge gemacht, wie Formulierungen aussehen sollten. Diese Vorschläge sind vollständig übernommen worden. Das wäre ein Weg, der aus meiner Sicht sehr vernünftig ist, auch für die Zukunft. dass wir entsprechende Vorgaben formulieren, dass wir entsprechende Vorschläge machen. Das Beispiel, was ich zum Schluss noch ansprach. Wir sind jetzt dabei, auch in der praktischen Umsetzung als Datenschutzaufsichtsbehörden, sehr konkret mit denjenigen in den Ländern zusammenzuarbeiten, die in den einzelnen Handlungsfeldern die OZG-Umsetzung auf den Weg bringen sollen. Wir werden dort entsprechende Handlungsleitfäden an die Hand geben, um den umsetzenden Behörden und Stellen die Programmierung entsprechender OZG-Leistung zu erleichtern. Wir haben ein Ansprechgremium gebildet in der Datenschutzkonferenz, was für den IT-Planungsrat, für das BMI, für die FITGO und auch für die jeweiligen umsetzenden Stellen in den Ländern vorgesehen ist, um jederzeit auf Nachfragen reagieren zu können. Da könnte ich mir vorstellen, dass das in anderen Bereichen auch so sein sollte. Dankeschön. Dankeschön. Dann kommen wir zu Herrn Professor Eicke-Richter. Ja, vielen Dank nochmal für die Frage. Einwilligung ist die schlechteste Lösung. Vielleicht kann ich da mal sagen, woher kommt das eigentlich mit dieser Einwilligung? Und die Einwilligung ist ein zentrales Instrument immer schon gewesen des Datenschutzrechts. Weil das Datenschutzrecht gesagt hat, man kann auf zwei Gründen den Eingriff, nämlich dass die personenbezogene Daten von einer Person verwendet werden, durch den Staat auf zwei Sachen, zwei Ebenen legitimieren. Einmal, indem es im Gesetz drinsteht, dass der Staat mit den personenbezogenen Daten hantieren darf. Wenn Sie zum Beispiel in die polizeilichen Gesetze reinguckt zum Datenschutzrecht, ist das ganz häufig so, dass das per Gesetz erlaubt ist, weil sonst müsste die Polizei immer vorher erst Fragen gehen. Das ist für den Einsatz meistens ziemlich ungünstig. Das heißt, der Gesetzgeber hat es legitimiert und nicht eine einzelne Einwilligung des Betroffenen. Dieses Einwilligungsinstrument hat deswegen aber eine Bedeutung bekommen in alle möglichen Rechtsbereiche, die die Digitalisierung betreffen, über das Datenschutzrecht hinaus, weil diese Regelungsbereiche, nämlich zum Beispiel das Verwaltungsverfahrensgesetz oder auch das Baurecht, lange Zeit nicht digitalisiert wurden an Verfahren, sondern das Datenschutzrecht ein Stück weit diese Regulierung der Verfahren von hinten quasi übernommen hat. Dadurch ist dieses Einwilligungsinstrument reingekommen, das mittlerweile auch in ganz vielen anderen Rechtsbereichen zum Tragen kommt oder eingesetzt wird. Das können Sie schön bei der Bekanntgabe-Fiktion sehen des Paragraphen 9 OZG. Da steht also drin, dass der Bürger einwilligen soll, dass er die Verantwortung für das Postfach übernimmt. Das heißt, Sie bekommen eine ablehnende Baugenehmigung. Das Haus dürfen Sie nicht bauen. Und jetzt wäre das so, Sie dürfen dann diesen Bescheid dann in das Postfach reinlegen, wenn der Bürger vorher eingewilligt hat, dass Sie das reintun. Wenn Sie sich jetzt mal das nicht digital denken, dann hätte doch eine Baubehörde nie eine Einwilligung gebraucht, einen ablehnenden Bescheid abzugeben, sondern da steht im Baugesetzbuch drin, dass eben entschieden ist, die Befugnis dafür besteht, die eigentlichen Akt sozusagen zu übermitteln. Das heißt, man muss die Grenzen zwischen dem Umgang mit personenbezogenen Daten und dem eigentlichen Verwaltungshandeln stärker trennen. Das Datenschutzrecht hat das quasi aufgrund der Reformmüdigkeit der eigentlichen Verwaltungsbereiche faktisch übernommen, weil das Datenschutzrecht immer sehr technikgetrieben war. Aber es hat im Grunde zu Mechanismen geführt, die eigentlich für viele Rechtsbereiche nicht günstig sind. Deswegen, Einwilligung passt in vielen Rechtsbereichen gar nicht. Und was ist die bessere Lösung? Ja, eben durch Gesetz zu regeln. Das heißt, schreiben Sie, wenn Sie die Bekanntgabefiktion ins Verwaltungsverfahrensgesetz hineinschreiben, in den Paragrafen 41, in der schärferen Variante, wie es jetzt in den Paragrafen 9 geregelt ist, OZG oder Regel werden soll vielmehr, können Sie das als Gesetzgeber reinschreiben. Dann ist die Frage, ob das verfassungsrechtlich konform ist, aber die Legitimation erfolgt dadurch, dass es eben der Gesetzgeber gemacht hat und es eben nicht auf einer Einwilligung des Betroffenen beruht. Das ist kein öffentliches Recht, das ist kein Verwaltungsrecht mehr, weil Sie auch sonst nicht überall einwilligen müssen, bevor der Staat handelt. Dafür gibt es ja das Parlament. Das heißt, die bessere Lösung ist ganz einfach. Keine nicht reinschreibung des Gesetzes braucht eine Einwilligung, sondern ins Gesetz hineinschreiben, was der Staat tun darf. Das ist ganz einfach. Das Gesetz muss selber die Inhalte regeln. Und dieses Instrument der Einwilligung, das ist nur etwas, was spezifisch besonders im Datenschutzrecht besonders entwickelt war, weil es dort in personenbezogene Daten geht. Und eine Nähbewertung nochmal, weil das gesagt worden ist, die E-Mail-Besetz, jeder hat da seine eigene Historie, man kann auch noch an das Diktaturgesetz denken, genau das ist das, was ich vorhin meinte. Hier ist eine lange Periode von Versuchen, Technik einzusetzen, über Technik sich inspirieren zu lassen und Technik zu regulieren, statt eigentlich die Verwaltung zu regulieren und zu überlegen, wie wir die Technik dort in Gang setzen können. Das nicht-technische Ziel, gute Verwaltung, Baugenehmigung, Familienleistungen übermitteln, Eltern kennen, was, was, ich, was, genau das zu regulieren. Und das finde ich besonders bei diesem Vorgang bekannt, nämlich der kommt eigentlich von einer sehr praktischen Seite her, nämlich von den Familienleistungen her. Wunderbar, der wird tatsächlich die eigentliche Verwaltung reguliert und jetzt wird es aufgeladen mit einem ganz allgemeinen, und dann aber auch wieder sehr technisch und außerhalb des Eigenregelungsbereichen regulierten Grundsätzen. Deswegen mein Hinweis an der Stelle Antwort auf die Frage, ja, ein wenigstens schlechtes Lösung, was die bessere regelt, die Kerngesetze, die wir haben. Verwaltungsverfahrensgesetz, die Fachtverwaltungsverfahrensgesetz, dieses Braugesetzbuch, das Emissionsschutzgesetz, all die Gesetze, die die eigentliche Verwaltung in ihren Aufgang regulieren. Keine weiteren Technikgesetze, die dann perfekt doch Verwaltungsverfahren regulieren. Wie hier. Dankeschön. Dann kommen wir nunmehr zu Herrn Rainer Rehak. Die Frage war ja bezüglich, ich ziehe die mal so ein bisschen zusammen, die beiden, bezüglich der Absicherung von Abfragen innerhalb und zwischen Behörden. Also im Groben würde ich da auf zwei Sicherungsmaßnahmen hinweisen wollen. Das erste ist überhaupt die Signierung des Auftrages durch die Bürgerin unter den Bürger. Das heißt, sobald überhaupt die Abfrage losläuft, wenn wir eine Signaturinfrastruktur hätten, wäre es natürlich möglich, dass der Portalverbund sozusagen losläuft zu den verschiedenen Behörden und sagt, ich brauche gerne das und das und das. Aber das will ich nicht einfach selber wissen, sondern hier ist der Auftrag des Bürgers oder der Bürgerin. Und das natürlich auch von der Rechtfertigung, würde sich dann so eine Rechtfertigungskette ergeben. Gleichzeitig auch bei der Übermittlung dann der gesammelten Dokumente hin zu den verantwortlichen Behörden, die das dann bearbeiten. Der nächste Punkt wäre eine entsprechende Signierung der Behörden selbst, die dann ihre Aktivitäten immer bei ihren jeweiligen Aktivitäten, ihren Stempel nochmal mit dranhängen, ihren digitalen Stempel, wie Sie es ja im Analogen auch machen. Und das wäre so der eine Aspekt. Der zweite Aspekt wäre, so was wie die Transaktions-Trackings bei externen Protokoll-Servern, was angesprochen worden ist, das ist auch eine weitere Möglichkeit, auch nachvollziehbar zu machen, wer was gemacht hat, um dann auch Verantwortlichkeiten, wenn mal was schiefläuft, irgendwie rekonstruieren zu können. Und es ist auch möglich, zum Beispiel bei bemühtigten Daten, das muss man je nach Verwaltungsvorgang nochmal überprüfen, ob man eventuell nur benötigte Daten weitergeben kann, was bedeutet, so was wie aggregierte Daten, ist das Gesamteinkommen möglich, dann müssen natürlich nicht die gesamte Finanzsituation offengelegt werden, sondern nur das Gesamteinkommen oder so was wie, ist die Person älter als und bekommt damit die und die Zuschreibung, dann muss eben nicht das Geburtsdatum übermittelt werden, sondern eben nur, ist sie älter als, ja, nein, so was in die Richtung. Die zweite Möglichkeit ist, die Interoperabilität zwischen den Behörden absichtlich schwer zu machen. Das ist ja grundsätzlich immer eine Idee der Gewaltenteilung und deswegen ist auch die Frage der Steuer-ID und der Registermodernisierung so wichtig. Denn im Datenschutz ist ja im Gegensatz zur IT-Sicherheit Hauptgefahrenquelle der Verarbeiter selbst und nicht externe. Das heißt, wenn es möglich ist, diese Abfragen der Behörden untereinander zu erschweren in gewisser Hinsicht, dann kann man da eben die nicht gewollten Abfragen unterbinden. Das heißt, wenn zum Beispiel der Portalverbund von verschiedenen Behörden bereichsspezifische Kennzeichen für ein spezielles Nutzerkonto bekäme, also ich jetzt von der Elterngeldstelle und so weiter, von denen bekomme ich bereichsspezifische Kennzeichen für meinen Account da, dann kann das Portalverbund diese bereichsspezifischen Kennzeichen zusammenführen und dann jeweils mit den Behörden, die da relevant sind, kommunizieren. Aber es gäbe dann eben keine Steuer-ID, mit der die Behörden untereinander mal kurz anfragen können, weil sie gar nicht wüssten, nach wem sie überhaupt fragen sollen. Sie können vielleicht nach Namen fragen, können sie nach Herrn Müller fragen, aber das ist eben nicht zuverlässig und aus IT-Sicht ist das eben, würde man das nicht machen. Und dann würden solche Fehler, das heißt, diese Möglichkeit würde dadurch stark reduziert werden. Das wären so sozusagen so ein Strauß von Möglichkeiten. Jetzt mal. Okay, danke schön. Dankeschön. Und wir kommen nunmehr zu den Antworten von Herrn Professor Heckmann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die zwei Fragen, die mir die Gelegenheit geben, das, was ich im Eingangsstatement ausgeführt habe, auch natürlich in der schriftlichen Stellungnahme etwas genauer nochmal hier auf den Punkt zu bringen, auch vor dem Hintergrund dessen, was meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen Sachverständige heute hier ausgeführt haben. Zunächst mal zu der Frage, ob man so etwas wie das OZB-Posfach verpflichtend einführen sollte für die Bürgerinnen und Bürger, da bin ich strikt dagegen. Wir hätten so etwas wie aufgedrängtes E-Government, was nach der derzeitigen Lage verfassungsrechtlich überhaupt nicht haltbar wäre. Wir haben einfach nur nicht die Situation, dass alle Bürgerinnen und Bürger die gleichen Voraussetzungen verfügen, in technischer und sotorischer Hinsicht, auch in kognitiver Hinsicht. Da haben wir einfach ein sehr, sozusagen, differenziertes Bild unserer Bevölkerung. Das, was der E-Government-Monitor eben von D21 und der TU München ja jedes Jahr auch wirklich zeigt, die verschiedenen Nutzertypen, die sind sehr heterogen, und das können wir nicht einfach vereinhalten, indem wir uns einfach einen Wunschbürger bilden und sagen, der muss das jetzt alles genau so machen, wenn der Gesetzgeber sich das ausdenkt, dafür ist unsere Gesellschaft viel zu heterogen und da brauchen wir noch eine Zeit lang, bis wir hier das einheitlich regeln können. Also kein aufgedrängtes E-Government, keine verpflichtende Einführung der Nutzung bestimmter digitaler Leistungen für Bürgerinnen und Bürger. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich die spannende Frage, wie es jetzt aussieht mit der Einlegung als Instrument, das ist ja jetzt vielfach angesprochen worden, von verschiedener Seite, und da ist es zwar grundsätzlich richtig nach dem Datenschutzrecht, dass wir hier verschiedene Rechtfertigungsmöglichkeiten haben mit Artikel 6 der DSGVO, sowohl die gesetzliche Grundlage einerseits, als auch die Einlegung andererseits. Normalweise plädiere ich auch dafür, dass man das durchaus differenzieren sollte, entweder Gesetz oder Einlegung. Es kann hier und da tatsächlich Probleme geben, wenn man das vermischt. Aber in unserem riesigen Gesetzpaket sehe ich das anders, denn es gibt sehr, sehr gute Gründe für das hier gewählte Konzept, das ich ausdrücklich verteidigen möchte, und auch für den richtigen Weg halte. Warum? Wir müssen nämlich unterscheiden, die Frage, ob beispielsweise das Daten erhoben werden, von der Frage, wie Daten erhoben werden. Das Daten erhoben werden dürfen, selbstverständlich, wenn ich andere gestelle, bei der Verwaltung, die dann eben zur Prüfung der sätzlichen Grundlage, Daten brauchen, ist eine Selbstverständlichkeit, und das gehört auch in das Versetzt hinein. Ich kann niemals als Bürgerin oder Bürger verlangen, dass ich sage, Daten sparsam, du kriegst keine Geldbescheidigung, aber gib mir trotzdem schon mal das volle Elterngeld. Das geht natürlich nicht, das wäre ja klar. Aber die Frage ist doch hier nicht, dass überhaupt bestimmte Daten in bestimmten Kontexten gesetzlich natürlich zu nutzen legitimiert ist, sondern wie das im konkreten Fall geschieht. Hier nämlich auf elektronischem Wege, in einem ganz bestimmten Verbund sozusagen, von Daten abrufen, Übermittlungsmöglichkeiten, also ganz bestimmte digitale Lösungen wurde hier gewählt. Und hier haben wir ja gerade die Besonderheit, zumindest jetzt auch in den nächsten Jahren, in einer Übergangszeit, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern ein Wahlrecht einräumen müssen. Und dieses Wahlrecht, das üben sie dahingehend aus und auch die Freiwilligkeit in diesem Kontext, dass sie eben entscheiden können, ja, ich mache das doch auf klassischen Wege oder ich entscheide mich hier für die ganz konkrete digitale Lösung. Und das ist eben der Sinn hinter dieser jeweiligen Einlegung. Und interessant ist ja, dass normalerweise die Datenschutzbeauftragten sehr stark drängen auf Datensparsamkeit, wenn es mildere Mittel gibt sozusagen, die weniger datenintensiv sind, wie natürlich viele digitale Prozesse, mehr Daten erheben, auch an Metadaten beispielsweise, wie dies im Papierwege der Fall ist, so gesehen müssen wir doch eher hier aus Sicht des Datenschutzrechts eben hier dafür sorgen, dass wir hier eben ein entsprechendes Datensparsames Verfahren haben. Und Herr Schulz hat das ja ausdrücklich auch hier erwähnt, ich möchte mich auch seiner Ausführung in diesem Punkt, was sie an die Übung betrifft, ausdrücklich anschließen. Und wir haben ja hier auch eine Stellungnahme zum Beispiel des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit, sowohl zum OZG im Jahr 2017, als auch in seinem 28. Tätigkeitsbericht 2019, wo er ausdrücklich plädiert auch für eine Schritt-für-Schritt-Antragstellung. Also im Grunde genommen das auch aufgreift und sagt, ja, es ist doch gerade sinnvoll, auch aus Sicht der Transparenz, wenn die Bürgerinnen und Bürger bei diesen Antragstellungen dann sich durchklicken durch die einzelnen Schritte. Und dass man bei dieser Gelegenheit dann jeweils auch einen Klick macht im Hinblick auf die Einlegung, ist aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Es ist eine Frage der Gestaltung des Einlegungsmännischen. Auch daraufhin hat Herr Schulz ausdrücklich hingewiesen, das ist technisch umsetzbar. Das ist im Grunde genommen nicht der Aufwand, den Herr Kark hier am Anfang quasi hier prophezeit hat. Ich glaube, die Frage der technischen Gestaltung ist sehr, sehr wichtig. Das gebe ich zu. Das kann man auch sehr schlecht machen. Wenn es aber gut gemacht ist, haben wir hier ein passables Einlegungsmanagement, das diesen Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung auch absolut entspricht. Und es geht auch konform mit dem Datenschutz-Cockpit, das ja nun wirklich auch wohl einhellige Meinung ist, wie sinnvoll das ist, auch aus datenschutzrechtlicher Sicht, dass ich als Bürgerin oder Bürger genau sehe, wer hat gerade was an Daten von mir verarbeitet, Zubegriffe, übermittelt und so weiter. Und in diesem Kontext befasse ich mich natürlich schon mehr, wenn ich solche Portale benutze, solche Postfächer nutze, als es vielleicht bislang der Fall war, mit solchen Vorgängen. Und das dient ja auch letzten Endes darum, den Bürgerinnen, Bürgern oder den Bürgern aktiv einzubeziehen in das Geschehen. Auch das ist datenschutzrechtlich meines Erachtens genau der richtige Weg. Man darf auch eines nicht vergessen. Würden wir das nicht so machen, dann hätten wir ein ganz großes Problem. Wir würden nämlich dann im Grunde genommen solche Postfächer einrichten und solche OZG-Nutzerkonten einrichten und die Bürgerinnen und Bürger überzeugen, das ist gut, Digitalisierung ist prima, nutzt das bitte. Aber wenn ihr das einmal eingerichtet habt, hat leider der Gesetzgeber entschieden, dass jetzt alles Kraftgesetzes elektronisch läuft. Und ihr könnt das gar nicht mehr steuern oder könnt gar nicht mehr differenzieren. Es mag aber sein, dass ich vielleicht bei den Familienleistungen sage, prima, das finde ich ein gutes Verfahren, dann möchte ich das elektronisch genauso handhaben und klicke entsprechend auf die Einlegungsbuttons. Aber in anderen Verfahren beispielsweise habe ich nicht so Vertrauen in die Beteiligten gehören, und dann möchte ich es lieber anders haben. Und so ein bisschen haben wir hier eine Feinsteuerung. Und ist es nicht genau das, was die Datenschutzgrundverordnung auch im Hinblick eben auf die Datenhoheit, die Datensozialität des Einzelnen, verlangt eben selber Herr, Frau seiner Daten, jeder Daten zu sein und das eben über das Datenschutzkockpit zu beobachten, aber andererseits auch selber ein bisschen zu steuern. Und wie gesagt, wenn man das technisch oder so typisch gut macht, das da lege ich schon Wert drauf. Da liegt am Ende auch der Knackpunkt, wie das umgesetzt wird. Dann geht das wunderbar, da haben wir eben kein aufgedrängtes E-Government. Und genau das ist ja hier der Gegenstand, hier ist das Gesetzentwurf des Gesetzespakets. Und deswegen auch genau der richtige Ansatz. Jetzt muss es nur noch gut umgesetzt werden. Dankeschön. Dann kommen wir noch einmal zurück zu Herrn Rehack. Da ist eine Frage offen geblieben. Genau, die Notizen gingen noch weiter. Es ging um das DE-Mail, die DE-Mail-Frage. Ja, lange ist es her. Die Nutzung solcher Arten von Services hängt ja, so wie bei allen vernünftigen Menschen, vom Verhältnis von Anreiz und Abreiz, sage ich jetzt mal, leger ab. Damals gab es einfach keinen großen Nutzen. Das wäre jetzt anders, wie wir schon gehört haben. Allerdings war auch damals schon das Problem dieser Zustellfiktion, wie jetzt schon ausführlich angeführt worden ist, hält es Menschen davon ab, weil sie dann quasi in die Falle treten und nicht mehr rauskommen. Da lässt sich natürlich, ließen sich ja Alternativen erstellen. Also wenn man da kurz drüber nachdenkt, könnte man ja überlegen, ob der nach der Postal, nach einer Zustellung oder einer nicht erfolgenden Zustellung in digitaler Form nach fünf Tagen dann eine postalische ausgelöst wird oder so etwas, wo dann eben diese Art von Ängsten dann eben auch begegnet wird sinnvollerweise. Das heißt eben nicht, dass man sich final entscheiden muss, sondern eben so ein quasi Soft-Fail, würde man in der IT sagen. Wenn die Nutzer nicht nachgucken, kriegen sie es halt anders. Ein zweiter Punkt natürlich, dass das vielleicht noch ein Anreiz zu geben ist, wäre das nicht in so einer selbstgebauten Postfachart und Weise, zu machen, wie es aktuell zum Jahr auch schon gemacht wird, teilweise in NRW oder so, gibt es die ja schon bei den Servicekonten. Diese Postfächer wäre so etwas wie den EU-Delivery-Standard zu bequemen. Das habe ich vorhin schon mal angesprochen. Dabei gibt es zertifizierte Anbieter, die geben bestimmte Garantien ab. Und die sind quasi, kann man sich vorstellen, wie E-Mail-Anbieter, die aber bestimmten hohen Hürden entsprechen. Die sind dann interoperabel und sogar auch innerhalb der EU. Das heißt, man könnte nicht nur denken, wie machen das vielleicht Bund und Länder und Kommunen, sondern was ist denn mit anderen Ländern, was ist denn mit anderen Stellen in der EU? Das würde dann sogar auch funktionieren. Und das wäre auch ein ganz klarer Mehrwert für diverse Use Cases. Das heißt, das wäre so ein Hinweis, wo man sich auf alle Fälle dahin wenden könnte. Und ich möchte einfach noch mal unterstreichen, die zwei Kernfunktionen modernen E-Governments ist eine sichere Kommunikation zwischen Behörden und Bürgerinnen und das sichere Signieren von Dokumenten. Und das wäre durch so ein Postfach zumindest teilweise möglich, wenn man es richtig bauen würde, aber nicht so, wie es jetzt vorgesehen ist. Okay, danke schön. Wunderbar, danke schön. So, wir sind am Ende der zweiten Fragerunde. Vor der Zeit ein bisschen, deswegen nur ganz kurz vormalber, ob noch eine Zusatzfrage besteht, sehe ich nicht. Dann möchte ich mich bei allen Sachverständigen ausdrücklich bedanken für ihre Stellungnahmen und schließe die Sitzung um 14.41 Uhr. Dankeschön.